Ich habe mit der Geschichte der anarchistischen Bewegung vertraut und habe sie tatsächlich erst über die Frauen kennengelernt und dann später erst gemerkt, dass sie auch Männeranarchisten waren. Von daher haben anarchistische Frauen eigentlich immer auch mehr soziale Verhältnisse angeschaut. Sie haben eben immer über materielle Lebensverhältnisse nachgedacht. Um in einem Raum mit ganz vielen Cis-Männern nicht unterzugehen, müssen wir immer mal wieder unter uns uns verständigen, damit wir wieder sozusagen nüchtern werden, bevor wir da wieder reingehen. Der anarchistische Feminismus ist nie den Irrweg gegangen zu glauben, über Gleichstellung mit den Männern in eine bürgerliche vorgegebene Kultur hinein könnte die Welt verbessert werden. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution. Dieses Zitat Emma Goldmans prangt meistens mit ihrem Konterfeil kombiniert auf den Shirts, Stickern und Bannern anarchistischer Gruppen und Individuen, die ihren weiblichen Vorkämpferinnen zwischen den bärtigen Wüsten der ganzen großen Männer unserer schwarz-roten Geschichte gedenken wollen. Doch so anti-autoritär die Absichten, so sehr zeigen sie auch die Probleme mit diesem Erinnern, Gedenken und Aufarbeiten der eigenen Geschichte. Denn diesen Satz hat die große amerikanische Anarchistin nie gesagt. Er wurde ihr später zugeschrieben und dafür, dass er ihr bekanntestes Zitat sein soll, sagt er erstaunlich wenig über ihre Ideen oder ihren Kampf aus. Er sagt wiederum viel mehr über jene aus, die ihrem eigenen Kampf und ihre eigene Geschichte den gewissen weiblichen Touch geben wollen. Ein bisschen feminine Frechheit, Freiheitsdrang und natürlich ganz viel Tanzen. Und so reiht sich dies ein in die lange Liste von feministischer Praxis, die darin besteht, einfach auch mal Lucy Parsons oder Louise Michel mit einem Insta-Post zu würdigen oder einen Film über die Mujeres Libres im lokalen anarchistischen Zentrum zu zeigen, um den anderen sagen zu können, guck mal, wie viele Frauen bei uns waren. Doch wie haben diese Frauen eigentlich ihren Kampf mit ihren eigenen Augen gesehen und warum fällt es uns so schwer, diese Sicht ordentlich aufzuarbeiten? Denn von den Anfängen der Bewegung über die Revolution Europas bis zum heutigen Tag haben die Geschlechter gemeinsam gekämpft, während gleichzeitig Frauen vielfach nicht als gleichberechtigte und geschätzte Genossinnen gesehen wurden. Was ist also überhaupt anarchistische Frauengeschichte? Und warum ist sie so oft die Geschichte einiger großer Frauen? Wie sollten die Geschlechterdynamiken unserer Bewegung aufgearbeitet werden, ohne heutige Probleme auf damals zu projizieren? Kurz gesagt, wie muss eine feministische Betrachtung unserer anarchistischen Geschichte aussehen? Das alles können und wollen wir natürlich nicht alleine beantworten, sondern gemeinsam mit unserem heutigen, von euch lange erwarteten und vielfach gewünschten Gast Antje Schrupp. Die diese und ähnliche Fragen seit vielen Jahren auf Vorträgen in Veröffentlichungen, Blogs, Büchern oder wie heute in unserer 116. Folge über anarchistische Frauengeschichten diskutiert. Herzlich willkommen Antje, schön, dass du heute hier bist. Stell dich vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich auch mal hier sein darf. Ja, zu meiner Person, was soll ich sagen? Ich bin Politikwissenschaftlerin, Journalistin und womit ich mich beschäftige, das ist weibliche politische Ideengeschichte, also die Geschichte der politischen Ideen von Frauen. Das mache ich eben schon seit meiner Dissertation Ende der 90er Jahre. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Anarchismus gekommen bin, sozusagen aus Versehen, nicht aus eigener Wahl, weil ich am Anfang meines politikwissenschaftlichen Studiums zugewiesen bekommen habe, als in dem Pflichtseminar die Geschichte der Europäischen Arbeiterbewegung ein Referat zu halten über die Inauguraladresse von Karl Marx zur ersten internationalen Arbeiterassoziation. Und genau in dem Zusammenhang habe ich gelesen in einem alten Buch von 1874, dass die Idee zur Gründung der ersten Internationale eine Frau gehabt hätte, nämlich Jeanne de Rouen, das fand ich dann spannend. Und seither bin ich an der Geschichte der Arbeiterbewegung hängen geblieben, die damals eben noch Arbeiter- und noch nicht Arbeiterinnenbewegung hieß, fand da sehr viele spannende Frauen. Und ich fand die Frauen, die sich eher dem anarchistischen Spektrum zugerechnet haben, wobei ich da in dem Zusammenhang Anarchismus in Anführungszeichen setzen würde, weil das ist ja eine Bezeichnung, die wir sozusagen rückblickend darauf setzen. Aber die, die nicht für Parteipolitik waren, die antistaatlich waren, die für freie Kooperationen waren und nicht im klassischen marxistischen Sinne oder sozialdemokratischen Sinne das verstanden haben, die fand ich spannender. Und dann, ja, so wurde ich sozusagen unversehens mit der Geschichte der anarchistischen Bewegung vertraut und habe sie tatsächlich erst über die Frauen kennengelernt und dann später erst gemerkt, dass ja auch Männer Anarchisten waren. Ja, das ist zum einen meine Person und deshalb finde ich das Thema so spannend und finde es auch schön, dass wir da jetzt Zeit haben, mal in Ruhe drüber zu reden, warum eigentlich, anders als ich es mir naiv vorgestellt habe, da am Anfang in die Wirklichkeit des Anarchismus doch eher männlich aussieht. Ich nehme euch mal mit zu der Struktur, die wir uns für heute für das Gespräch mit Antje überlegt haben. Und zwar ist das erstens, wie veränderte sich die Rolle der Frauen im Anarchismus über die Zeit? Dann sprechen wir darüber, wie Frauen ihre Rolle in Organisationen selbst gesehen haben, sprechen anschließend dann über die Frage von dem Verhältnis der Frauen von damals zum Feminismus. Viertens sprechen wir über Isolation oder Integration im Verhältnis zu den Organisationen der Männer. Und zum Abschluss sprechen wir dann noch über das Problem der weiblichen Ikonen. Und in dem Sinne, lass uns doch auch direkt rein starten in die erste Frage, wie sich da die Rolle der Frauen im Anarchismus verändert und entwickelt hat. Ja, die Frage ist natürlich da, was man unter Anarchismus versteht und wann man eigentlich anfängt, eine politische Bewegung als anarchistische Bewegung zu bezeichnen. Ich persönlich glaube eigentlich, dass man das erst am Ende des 19. Jahrhunderts machen kann, nach dem Ende der ersten Internationale und der Aufspaltung der internationalen Arbeiterbewegung. Ich benutze für den Zeitraum noch die männliche Form, weil es eine männliche Organisation war, also mit praktisch ausschließlich Männern. Also diese Männerorganisation Erste Internationale hat sich ja gespalten entlang der Fragestellung autoritäre, zentralistische Organisation oder Zusammenschluss von dezentralen, lokalen Bewegungen, Gruppen mit jeweils unterschiedlichen Programmen. Und dieser ideologische Streit war ein Streit zwischen Männern. Meine Dissertation habe ich deshalb auch genannt, nicht Marxistin und auch nicht Anarchistin, um zu zeigen, dass das, was die Frauen zu der Zeit wollten, auch die in der Internationale aktiven Frauen, sich eigentlich nicht entlang dieser Schemen sortieren lassen. Aber wenn man mal sagt, dass mit dieser Spaltung eigentlich der Anarchismus als eine abgegrenzte Bewegung im Unterschied zum Marxismus und auch zur Sozialdemokratie entstanden ist, dann kann man sagen, dass einzelne Frauen stark daran beteiligt waren. Ich denke zum Beispiel an André Léaud, die Kämpferin der Pariser Kommune, eine Schriftstellerin und aktive Feministin, die sich sehr stark für die anti-autoritäre Internationale engagiert hat und auch nach dem Ende der Pariser Kommune oder auch nach dem Auseinanderbrechen der Internationale da sehr stark sich engagiert hat. Natürlich auch Louise Michel, die sich durch die Pariser Kommune politisiert hat und dann auch Anarchistin wurde und eben auch sehr viel dazu beigetragen hat und später auch Emma Goldman und die anderen Namen, die wir ja kennen. Was die Gruppen angeht, die lokalen Gruppen vor Ort, wo ja auch viele Frauen aktiv gewesen sind, ebenso wie auch Männer aktiv gewesen sind, weiß ich gar nicht, ob damals diese Labels auch schon gültig waren, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass eine sehr große, eine sehr starke, von Frauen dominierte oder geprägte Gruppe waren, die Textilarbeiterinnen in Lyon oder überhaupt in den französischen Textilindustrien, die einen großen Streik gemacht haben 1869, der auch angeführt wurde von einer ausgewiesenen Anarchistin, nämlich Virginie Barbet. Aber ob die Arbeiterinnen sich dann schon als anarchistisch verstanden hätten oder ob bei denen nicht der gewerkschaftliche Arbeitskampf im Zentrum stand, das weiß ich gar nicht, ob man die jetzt vereinnahmen kann. Also man muss halt immer ja auch unterscheiden zwischen den Kämpfen vor Ort, den Auseinandersetzungen, den Aktionen, die gemacht werden und dem, sagen wir mal, theoretischen, der theoretischen Analyse dazu. Und ich glaube, bei den Kämpfen vor Ort kann man auch gar nicht unterscheiden, im ganzen 19. Jahrhundert wahrscheinlich noch nicht unterscheiden, zwischen ideologischen Strömungen. Und von daher kann man sagen, dass natürlich die Rolle der Frauen im Anarchismus so war wie die Rolle der Frauen in der Welt. Sie waren von Anfang an dabei, sie waren zum Anfang aktiv, sie waren sich am Anfang an genauso uneinig untereinander, wie die Männer sich untereinander uneinig waren. Also es gab Frauen auf allen Seiten des Spektrums und verändert hat sich das, weiß ich nicht, bis heute eigentlich nicht. Außer so, wie ihr das am Anfang schon gesagt habt, dass es damals niemandem, also die Männer in der Arbeiterbewegung haben sich nicht sehr dafür interessiert, was die Frauen machen. Das ist heute anders, weil wir jetzt Emanzipation haben und es für eine politische Bewegung sich gehört, auch Frauen dabei zu haben. Also wer immer noch heute, die italienische Feministin Luisa Moraro hat es mal so schön gesagt, wenn heute eine politische Bewegung nur aus Männern besteht, dann hat sie dieselbe Bedeutung wie ein Fußballverein, nämlich keine für die allgemeine Menschheit, weil es offensichtlich ist. Das war halt damals anders und dann, ja genau, es ist halt heute das Interesse größer, Frauen nach vorne zu holen. Ich sage mal, diese Pin-Up-Frauen, die der Beweis dafür sein wollen, dass wir gar keine männlich dominierte Organisation oder Bewegung sind. Aber ja, vielleicht kann man es am besten so beschreiben. Die Frauen sind zwar dabei, aber sie werden nicht immer von allen gesehen und ihre Rolle wird auch immer nicht als solche wahrgenommen, sondern versucht in das männliche Raster irgendwie rein zu fädeln und sie da zuzuordnen. Und das ist natürlich eigentlich ein ganz schräger Zugang zu der ganzen Situation. Weiß ich nicht, ob das die Frage beantwortet. Ich würde sagen, im Anarchismus haben die Frauen keine andere Rollenveränderung durchlebt als auch im Marxismus oder im Staatsfeminismus oder in allen anderen politischen Institutionen. Sie haben halt auch da diese Entwicklung vom Patriarchat über die Emanzipation, über die Gleichstellung bis heute vielleicht zu einem queerfeministischen, identitätspolitischen Diskurs, der darüber hinausgeht, mitgemacht. Da hat sich der Anarchismus als Bewegung eigentlich parallel zum Rest der westeuropäischen Gesellschaften entwickelt. Wenn wir jetzt nochmal ganz in den Anfang gehen, dann könnte man ja vielleicht auch vermuten, dass mit so einer Figur wie Proudhon dann der Anarchismus, also ist ja selber, kann man so sagen, ausgezeichneter Antifeminist und Sexist gewesen, dass da der Anarchismus vielleicht sogar noch einen besonders schwierigen Start als sozialistische oder politische Strömung hatte. Wie würdest du das bewerten? Also da der Einfluss und was hat das auch für einen Einfluss dann genommen auf eben die Entwicklung von Anarchistin als Denkerin und auch als Köpfe oder Vorreiterin von Bewegung? Ja, also für mich ist Proudhon kein Anarchist, deswegen bin ich jetzt auf die Idee gar nicht gekommen. Aber es stimmt natürlich, in der männlichen Tradition gilt er immer als Anarchist. Ich weiß nicht so genau, warum. Beziehungsweise ich weiß natürlich, warum, weil Kropotkin ihn als solchen sozusagen identifiziert hat, weil er dachte, wenn er den in die Geschichte, Kropotkin wollte er immer den Anarchismus als eine seriöse politische Bewegung darstellen und hat dann gedacht, wenn wir so einen seriösen Denker wie Proudhon sozusagen zu unserem Erfinder machen, dann werden wir mehr anerkannt. Aber das ist halt so ein Teil des Anarchonismus. Von heute aus gesehen ist Proudhon Anarchist. Von damals aus gesehen war er ein reaktionärer Theoretiker, eines mutualistischen Sozialismus, der nicht revolutionär war, sondern gegen Streiks und gegen Auseinandersetzungen mit dem Staat, sondern für eine relativ kleinkarierte, sage ich jetzt mal, kleinbürgerliche Art, Arbeiter und Arbeiter zu organisieren. Und er war eben auch extrem antifeministisch in dem Sinn, dass er sich gegen jegliche Emanzipationsbestrebungen von Frauen, die es damals natürlich schon lange auch gegeben hat, wendete. Und auch die Protonisten in der Internationale waren extrem frauenfeindlich, haben dafür gesorgt, dass in die Französische Internationale keine Frauen Mitglieder werden konnten und haben ganz fürchterliche Broschüren und so weiter geschrieben und völlig Verbot der Erwerbsarbeit für Frauen gefordert und all solche Sachen. Und deswegen, die hätte damals aber niemand in einen Topf geworfen, zum Beispiel mit der Strömung innerhalb der Internationale, die ich vorhin beschrieben habe als Gegenparteipolitik, antistaatlich für freie Assoziationen und dezentrale Organisation. Für diese Richtung standen eher radikalere Gruppierungen, zum Beispiel eben die Organisation, die Bakunin gegründet hatte und zu der auch dann viele gehört haben, die auch dann in der Pariser Kommune aktiv waren, zum Beispiel eben Elie und Élisée Reklüs und Noémie Reklüs, die Frau von Elie, und André Léo zum Beispiel und Virginie Barbet in Lyon, von der ich gesprochen habe. Also es gab eine Gruppe innerhalb der Internationalen rund um Bakunin, die egalitäre Geschlechtervorstellungen hatten und die auch nicht von Bakunin, aber von den Frauen und auch einigen Männern in dieser Gruppe vorangetrieben, ganz andere Positionen. Und die hätte man damals überhaupt nie in einem Atemzug mit Proudor genannt. Das waren sozusagen verschiedene Galaxien, die kannten sich nicht. Und es ist eher sogar so, dass diese egalitär, in Anführungszeichen, feministisch organisierten Menschen nicht in die Internationale eingetreten sind, weil da eben sozusagen die Protonisten so stark gewesen sind im französischsprachigen Bereich. Und erst als mit den Streikwellen 1868, 69 sich diese Protonisten diskreditiert haben, weil sie die Streiks nicht unterstützt haben, weil sie sich reaktionär geäußert haben, als sie dann sozusagen rauskomplimentiert wurden oder rausgingen aus der Internationale. Erst dann wurde der Platz frei, dass die AnarchistInnen da überhaupt reinkamen und dann auch die Frauen eingetreten sind und auch eben profeministische Männer mehr Stimmen und mehr Bedeutung bekommen haben. Und deswegen kam ich gar nicht auf die Idee, dass Proudor irgendwas damit zu tun haben könnte. Er hatte damit nichts zu tun. Er war ein Antifeminist. Ich finde, ja, das ist aber halt auch so ein Problem, was wir in der Geschichte des Anarchismus haben, dass wir ja, wir betrachten das ja heute rückwirkend aus der historischen Erfahrung des Siegs, des Marxismus mit der bolschewistischen Revolution in Russland. Ab da hat ja, sagen wir mal, die internationale ArbeiterInnenbewegung eben diese marxistische Dominanz bekommen. Und deswegen wird auch die gesamte Geschichte der ArbeiterInnenbewegung immer unter der Fragestellung behandelt, waren sie jetzt für oder gegen Marx. Und das ist das Gemeinsame, was die Protonisten und die Vakonisten hatten. Sie waren beide, Marx fand beide nicht gut. Und das reicht dann schon, um sie sozusagen rückwirkend in einen Topf zu werfen. Aber ich finde, das ist halt eine marxistisch verengte Perspektive. Und wenn wir heute, und das sollten wir als Anarchistinnen ja sowieso, nicht Marx als das einzige Nonplusultra des Sozialismus verstehen, sondern als eine Stimme unter sehr vielen anderen, dann ist das eigentlich nicht haltbar. Dann müssten wir auch die, die Marx nicht gut fand, auch differenzieren in viele unterschiedliche Strömungen. Und deswegen ist für mich der Anfang der anarchistischen Theorie diese Gruppe um Bakunin, die Allianz der sozialistischen Demokratie, haben die sich genannt, in der feministische Diskussionen geführt worden sind, die eine egalitäre Position hatten. Wenn man nicht, man kann natürlich, ist natürlich die Frage, so eine Kategorisierung ist ja immer in gewisser Weise willkürlich. Man kann jetzt sagen, zum Beispiel viele der Frauen, die dort reingegangen sind, waren vorher schon im Saint-Simonismus unterwegs. Also Saint-Simonismus war eine frühsozialistische Bewegung, die so in den 20er, 30er, 40er Jahren in Frankreich stark war, entstanden ist aus der Frage, die sich nach der französischen Revolution gestellt hat, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bedeutet diese Gleichheit auch die Gleichheit der Frauen oder nicht? Das ist damals natürlich eine auf der Hand liegende Frage, dass man die diskutiert. Die wurde bekanntlich mit Nein beantwortet, seitens der Männer. Männer sind gleich, die Frauen sind deswegen extra anders, nochmal mehr anders, als sie vorher waren. Und dagegen gab es Proteste und eine dieser Protestbewegungen war der Saint-Simonismus, wo auch sehr viele Frauen drin waren. Die würde ich jetzt aber noch nicht als anarchistisch bezeichnen, aber das sind so Vorläuferinnen, weil viele Frauen, die in den 40er Jahren dort waren, sind dann später in diese Allianz der sozialistischen Demokratie gegangen. Und so hatte das natürlich schon Vorläufer und Vorläuferinnen. So, das ist meine Antwort zu Proudhon. Ich bin der Meinung, der muss mal raus aus dieser anarchistischen Geschichtsschreibung. Man kann nicht sagen, naja, Proudhon ist toll, das mit den Frauen war nicht so gut, aber ansonsten behalten wir ihn weiter. Ich bin auch nicht der Meinung, einer, der einmal was textistisches gesagt hat, darf dann gleich schon nicht mehr dazugehören. Das finde ich auch nicht, aber er, also das war schon, sein Antifeminist zu sein, war schon sein Markenzeichen. Und es gab ja in Frankreich eine große antiproudhonistische Bewegung, also eine ganze Frauenbewegung, die nur damit beschäftigt war, gegen Proudhon zu sein. Also das war schon nicht einer, der auch mal was Sexistisches gesagt hatte, sondern er hat sich eigentlich mit seiner Position zu Geschlechterverhältnissen, finde ich, völlig diskreditiert für jede freiheitliche Bewegung. Aber ich finde, das passt auch sehr gut eigentlich zu unserer allgemeinen inhaltlichen Position, weil wir eigentlich mit Proudhon auch selber überhaupt nichts anfangen können. Von aus anderen Gründen auch nicht. Auch aus anderen Gründen, also natürlich auch aus dem Grund seiner reaktionären Politik, wie du es auch sehr gut beschrieben hast, ja weit mehr, also es war ja in der Theorie auch gegossen, seine reaktionäre Politik. Und ich habe auch nur, er hat irgendwelchen Schriftwechseln, sich irgendwie mal irgendwelche Beleidigungen benutzt, die man nicht benutzt, oder was weiß ich. Und von daher passt das, denke ich, sehr gut rein. Bei uns. Ja, ist ja auch wirklich, wenn man sich jetzt anguckt, was auch für ein Schaden dadurch dann noch geschichtlich angerichtet wurde, auch wenn wir noch in die Pariser Kommunen gucken, da finde ich es wirklich schön, dass du nochmal so direkte Worte gefunden hast. Nur, warum mich das auch so interessiert ist, weil ich mich auch gefragt habe, wie dann doch auch theoretische Schriften dann noch einfach über die Zirkulierung und irgendwann die Einbindung in anarchistische Traditionen dann eben nachträglich vielleicht auch noch einen Einfluss genommen haben, ob es da dann einfach größere Problematiken gegeben hat. Ja, es ist halt immer so, dass diese Tradierung und die Geschichtsschreibung ist halt einfach schwierig, weil wir an die Geschichte nicht so richtig drankommen und in Bezug, also weil wir unsere heutige Perspektive ja nicht aufgeben können. Ja, wir können ja nicht so tun, als würden wir uns einfach mal zurückbeamen. Aber sich eine Zeit vorzustellen, wo es eine Arbeiterbewegung gab und der Name Karl Marx niemandem was sagte, so muss man sich das eben vorstellen. Oder wo auch diese Labels noch gar nichts gesagt haben. Und deswegen finde ich auch die Frage nach der Position von Frauen nicht nur so, das ist nicht nur so, weil wir denen jetzt gerecht werden wollen oder weil man das von heute irgendwie ein bisschen peinlich findet, wenn da nur Männer waren. Nein, man bekommt ja auch eine ganz andere Perspektive darauf. Und man kommt auf Fragestellungen, die man anders gar nicht gekommen wäre. Und man kommt auch auf Themen, die vielleicht wichtig waren, die aber in der anderen Perspektive gar nicht beachtet wurden. Also zum Beispiel, dass tatsächlich auf den ersten zwei Kongressen der Internationale jeweils ein ganzer Tag über die Frauenfrage diskutiert wurde. Ja, das zeigt ja schon, dass das die Leute tatsächlich beschäftigt hat. Das war nicht so was, was wir heute zurück, was wir heute interessant finden. Nein, das war damals eine ganz entscheidende gesellschaftliche Frage, zu der sich die Arbeiterbewegung auch positionieren muss. Und meine Magisterarbeit, also die Vorderdoktorarbeit, habe ich geschrieben über das Verhältnis der zeitgenössischen Frauenbewegung zur Internationale. Und die war natürlich überhaupt nicht amüsiert über das, was die Internationale da getrieben hat. Auch so Sachen wie die Frage nach Streikbrecherinnen. Zum Beispiel gab es in London, haben die Frauen eine eigene Druckerei gegründet für Frauenerwerbsarbeitsplätze, weil die männlichen Drucker die Frauen nicht zulassen wollten. Und da kann man natürlich jetzt diskutieren. Die haben sich dann offensiv als Streikbrecherinnen angeboten. Und das sind natürlich so Konflikte, die dann auch entstanden sind, die eigentlich auch für heutige Praktiken interessant wären. Also was tun wir denn, wenn wir jetzt von Intersektionalität reden? Was tun wir denn, wenn wir zwei politische Bewegungen haben, die sich dann vielleicht auch gegenseitig widersprechen, die nicht zusammenpassen, weil sie ihre eigenen Interessen vertreten und damit der anderen sozusagen das Leben schwer machen? Wie kann man dazu kommen, dass man die zu Solidarität bringt? Und was ist dafür notwendig? Und all solche Fragen, die kommen dann auf, wenn man mit einem anderen Blick oder mit einer anderen Perspektive auf diese Geschichte geht. Das ist ja auch beispielsweise jetzt, um das nochmal mit einem anderen Thema zu verknüpfen, auch so ein sehr unterschätzter Punkt der sozialistischen Geschichte, wenn wir uns Gewerkschaften und Streikbrecher angucken, wenn beispielsweise, was ja immer wieder auch gerne gemacht wurde, migrantische Arbeitskräfte dafür genommen wurden und es dann in den USA gibt es ja wirklich eine lange Geschichte von explizit sozialistischen Gewerkschaften, die an rassistischen Ausschreitungen gegen eben migrantische Arbeitskräfte teilgenommen haben, die dann als Streikbrecher eingebunden wurden. Deswegen wirklich nochmal spannend, das hier dann auch aus einer feministischen Perspektive nochmal zu hören. Genau. Ja, oder auch so Diskussionen, ich meine, in der Internationale gab es eine Diskussion darüber, ob in Berufen, die von beiden Geschlechtern ausgeübt werden, es okay ist, wenn die Frauen eigene Gewerkschaften gründen. Da gab es nämlich eine Initiative, die das, also Frauen haben das gemacht und es gab welche, die fanden das falsch, die haben gesagt, okay, Frauengewerkschaften in reinen Frauenberufen ist okay, aber wenn das gemischte Berufe sind, dann müssen die Frauen Mitglied in der Gewerkschaft, in der Männergewerkschaft werden. Und da muss man sagen, Karl Marx hat da Positionen für die eigenen Frauengewerkschaften ergriffen, aber das sind ja spannende Fragen, die sich ja auch heute noch stellen, also weil, nachher habt ihr ja noch das Thema Separatismus mal auf der Agenda. Ich glaube, das sind grundsätzlich, wenn man akzeptiert, dass es unterschiedliche intersektional miteinander verknüpfte Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnisse gibt und das ist ja keine Erfindung, das ist ja kein Phänomen, das erst mit der Erfindung des Begriffs Intersektionalität aufgekommen wäre, sondern das war ja schon immer die Realität. Wir haben die nur nie gesehen, weil wir die Welt so in diese Haupt-Nebenwidersprüche eingeteilt haben, eben sowohl der Marxismus mit der Idee vom Haupt- und Nebenwiderspruch, also Klassenwiderspruch, als der Übergeordnete und alles andere sortiert sich da ein. Und natürlich die Frauenbewegung eine Zeit lang auch mit der mit der Analyse, dass der Geschlechterkonflikt der Metakonflikt ist und alles andere sich da einsortiert und die Realität hat eben immer schon anders ausgesehen und es gab da schon damals ganz interessante Debatten zu genau diesen Fragen, die uns heute noch beschäftigen. Lass uns dann nochmal einen halben Schritt zurückgehen zu der Bakunin-Gruppe, weil da waren wir jetzt ja gerade so ein bisschen in dem zeitlichen Ablauf stehen geblieben. Vielleicht kannst du da ein bisschen beschreiben, wie es dann weiterging, weil es gab dann ja dort auch schon aktive Frauen und eben profeministische Männer auch, die sich da positioniert haben, aber trotzdem hat es ja nicht dazu geführt, dass jetzt es eine Form von Gleichberechtigung in irgendeiner Form gab, weil wir haben dann ja, da kannst du dann vielleicht auch schon mal so das anschneiden, im späteren explizit Frauenorganisationen sich entwickeln sehen, die ja auch aus dieser Ausgrenzung innerhalb der Bewegung halt hervorgegangen sind. Ja, das würde ich gar nicht so sagen, weil also ich habe ja gesagt, dass in dieser Gruppe um Bakunin viele Frauen waren, die ursprünglich San-Simonistinnen waren und diese Idee des Separatismus ist tatsächlich im San-Simonismus entstanden, da die als Bewegung schon sowas hatten, da ist es tatsächlich aus einer feministischen oder aus einer von Frauen initiierten Revolution oder Abspaltung von den Männer dominierten Hauptgruppen entstanden, dass die gesagt haben, wir nehmen eine Doppelspitze, wir machen separate Frauengruppen und wir haben alle Positionen werden paritätisch von einem Mann und einer Frau besetzt, weil das war eben deren Hauptpunkt und das war ein Satz von dieser Jeanne de Rouen, auf die angeblich die Idee der Gründung der Internationale zurückgeht, dass sie gesagt hat, Männer und Frauen können sich gegenseitig aus Prinzip nicht repräsentieren und deswegen kann es nicht sein, dass wir in Gruppen, in gemischten Gruppen sind, wo dann die Spitze von Männern vertreten ist, sondern wenn wir zusammenarbeiten, dann nur mit Doppelspitze, also im Prinzip sowas wie, was dann später unter Parität oder Quote oder sowas verhandelt wurde, hatten die damals schon die Frage der möglichen Repräsentation und das ist natürlich im Zusammenhang mit anarchistischer Theoriebildung nochmal super interessant, weil man ja sagen könnte, dass der Anarchismus die Idee der politischen Repräsentation generell ablehnt, ja, also wir repräsentieren uns alle selbst, diese Frage, inwiefern kann denn jemand für andere politisch die Stimme erheben, ist eine total spannende Frage und die wurde eben schon vor dieser Gruppe um Bakunin mit Separatismus teilweise beantwortet und die Personen, die da reingegangen sind, kamen aus dieser Tradition und haben dann gesagt, aber nein, wir in Bezug auf die Organisation einer antibürgerlichen Stimme, also es ging diese Gruppe um Bakunin, die war ursprünglich, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich aus, weil ich es zu weit aushole, das unterbrecht mich einfach, aber es gab ja damals eine Liga für Frieden und Freiheit, eine bürgerliche internationale Organisation, in der Bakunin ursprünglich Mitglied war und ein paar Freunde von ihm eben, die hatten sowas wie, die wollten eine europäische Union, Friedenspolitik und so Sachen, also das ist auch alles noch heute, aber es war eine bürgerliche Vereinigung und da waren auch Frauen drin, da waren auch Feministinnen drin und von der hat Bakunin sich abgespalten mit seiner Gruppe, weil die nicht an die Eigentumsverhältnisse ran wollten und dann aus dieser Gruppe hat sich dann diese Allianz gegründet und diese Allianz hat dann sich ein egalitäres Programm gegeben, also wo von alle Forderungen immer mit Frauen und Männern, also Bildung für Frauen und Männer, politische Personen für Frauen und Männer, also richtig durchegalisiert sozusagen auch ausgesprochen, dass alles, was sie fordern, eben nicht für Männer ist, sondern für Männer und Frauen. Die haben dann versucht, in die Internationale einzutreten, nachdem die Brutonisten da raus waren und dann gab es diesen sehr, sehr interessanten Konflikt zwischen Bakunin und Marx darüber, ob die in die Internationale eintreten dürfen, weil was Marx nicht gefallen hat, war, dass sie ein eigenes Programm hatten und er war der Meinung, wer Internationale sein will, muss einfach das Programm der Internationale nehmen und darf nicht noch ein eigenes haben und interessanterweise hatten die eben die Abschaffung der Klassen und der Geschlechter und also die haben die Gleichmachung der, in der Allianz die Gleichmachung der Klassen, der Geschlechter und noch irgendwas in ihrem Programm gehabt und dann ist das abgelehnt worden, weil Marx der Meinung war, dass man Klassen nicht gleich machen, sondern nur abschaffen kann, was natürlich stimmt, aber das ging damals, also heute könnte man sagen, vielleicht kann man auch Geschlechter abschaffen, aber damals dachten die Leute natürlich, dass man Geschlechter nicht abschaffen, sondern nur gleich machen kann und das ist total interessante Debatte, weshalb dann eben diese Allianz nicht eintreten durfte in die Internationale, sondern nur die einzelnen Mitglieder eingetreten sind. Lange Rede, kurzer Sinn, so war die Geschichte und dann kam eben diese ganze Gruppe und diese Leute kamen dann eben zur Internationale dazu und das war dann der Anfang für diese Diskurse und Debatten, die dann am Ende zur Spaltung geführt haben und die Frauenfrage oder die Geschlechterfrage war dafür eben ganz zentral, die war sozusagen einer der zentralen Punkte, um die es ging und es ist total interessant, dass in der ganzen Geschichtsschreibung über die Internationale das überhaupt gar keine Rolle spielt. Also in der Geschichtsschreibung die hauptsächliche Literatur über die Internationale ist ab 1964 geschrieben worden, weil das war das hundertste Jubiläum, die Internationale ist ja 1864 gegründet worden und dann 1964 gab es ganz viele Bücher eben zu dieser Institution und die haben sich für das Thema halt alle überhaupt nicht interessiert, weil das war im Anfang der 60er hat das keinen interessiert. Das war noch vor der Frauenbewegung und das ganze Thema ist ihnen nicht aufgefallen. Aber vielleicht kannst du dann nochmal ganz kurz, also wirklich kurz auf wie auf die Eckpunkte dieser Spaltung dann eingehen, nur dass wir das, weil dann wollen wir das jetzt auch hier behandeln, weil mir war es tatsächlich auch nicht bekannt aus der Geschichtsschreibung, dass es so eine große Rolle gespielt hat und dann halt eben im Fortschreiten, wie hat sich das dann eben mit dem Bakunienflügel halt und der Frauenfrage entwickelt und dann in der Fortschreitung, wie kam es dann auch zu diesen unabhängigen Frauenorganisationen und damit auch Veränderungen der Rolle der Frauen immer nicht erstmal. Ging ja dann weiter, also der Streit innerhalb der Internationale ging dann nicht so sehr um die Frauenfrage, weil auch die englischen Gewerkschaften und auch Marx im Prinzip auch eingesehen haben, dass das eine wichtige Frage ist. Das war jetzt nicht so umstritten, sondern der Streitpunkt war dann eben die Frage nach der Art und Weise, wie sich die Arbeiterinnenbewegung organisieren soll, ob es eben ein zentrales Programm braucht oder also damit man sozusagen international stark mit einem gemeinsamen Programm auftreten kann oder eben, ob man die ideologische Vielfalt behalten soll, weil natürlich die kulturellen Traditionen in Spanien, in Italien, in der Schweiz, in England, in Polen, in Deutschland halt total unterschiedlich waren, dass man das eben sagt, man lässt diese regionale Vielfalt, auch diese kulturelle Vielfalt und ist nur so ein loses Netzwerk, das sich solidarisch gegenseitig unterstützt. Das war ein so ein Hauptstreitpunkt. Die zweite Frage war, wie man sich politisch organisieren soll. Also es stellte sich damals in vielen Ländern die Frage, ob sich die ArbeiterInnenbewegung in Form von politischen Parteien organisieren soll. Also insbesondere die Sozialdemokratie war schon stark. Also diese Frage, soll man eben diesen Parteienweg gehen oder soll man Parteien als Politik der Repräsentation generell ablehnen und sagen, wir brauchen eine andere Form der politischen Struktur als den Parlamentarismus? Das war halt auch noch so ein Problem. Darüber bestand halt keine Einigkeit. Ja, da kann man nicht sagen, da Marx und Engels aber der Ansicht waren, ohne Einigkeit wollen sie mit der Internationale nichts zu tun haben, sind sie dann nicht einfach ausgetreten, sondern haben sie zerschlagen, indem sie einen Fake-Kongress in Den Haag veranstaltet haben, zu dem praktisch keine Leute aus den südlichen Ländern Europas hinkommen konnten, allein, weil es schon so weit weg war und weil man auch schlecht da reisen konnte. Es war ja dann direkt nach der Pariser Kommune, wo überall die Sozialismusangst herrschte. Ja, und auf diesem Kongress haben sie dann Bakunin und James Guillaume und übrigens auch eine anarchistische amerikanische Feministin Victoria Woodhull, die so meine, eine meiner Lieblingsdamen ist, ausgeschlossen aus der Internationale und haben den Generalrat nach New York verlegt. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, ja, ich meine, was will man mit einer europäischen Arbeiterbewegung, dass ein Generalrat in New York ist, in Zeiten, wo es noch kein Internet gab und auch keine Flugzeuge. Also, im Prinzip war das eine Zerschlagung der Internationale und dann haben sich dann die späteren Internationalen, die waren dann halt schon marxistisch dominiert oder sozialdemokratisch. Ja, es hat dann eigentlich sich zerflettert, muss man sagen. Also, diese Chance, eine gemeinsame internationale Arbeiterbewegung zu haben, war weg. Und es gab dann halt ja auch innerhalb des Anarchismus eine Außeneinander-Differenzierung, Individualanarchistinnen, es gab dann die Leute mit den Bomben und der Propaganda der Tat. Also, eine Vielfalt wieder von Gruppierungen, von denen man bei jeder diskutieren kann, ob sie anarchistisch war oder nicht. Aber ich finde diese Labels dann eh nicht so hilfreich. Es ist dann ja auch die bürgerliche Frauenbewegung stark geworden. Ja, es hat sich dann eben auch die Frauenbewegung gespalten, eigentlich in eine bürgerliche und in eine sozialistische Frauenbewegung. Es kam dann halt diese Identitätspolitik eigentlich los und dann gab es keine die anarchistische Frauenbewegung mehr, sondern es gab natürlich einfach auch anarchistische, aktive Frauen, die auch Gruppen hatten, vor allem in Gewerkschaften. Es gab die Syndikalistinnen in der Weimarer Republik zum Beispiel in Deutschland. Es gab die Mujeres Libris dann in Spanien. Es gab immer mal wieder solche einzelnen Gruppierungen, aber die waren halt nur sehr lose miteinander irgendwie in Kontakt. Es gab dann halt einzelne Theoretiker und ja, ich traue da immer noch drum, dass diese Chance auf eine gemeinsame feministisch-kollektivistisch- anarchistische soziale Bewegung vergeben wurde in den 1870er-Jahren. Ja, ich finde, das bringt uns auch sehr gut zu unserer zweiten Frage, wie Frauen ihre Rolle in Organisationen selbst gesehen haben. Das hängt ja dann sehr viel damit zusammen, diese Frage vielleicht auch, warum das nicht dazu gekommen ist, eine solche Organisation zu bilden, wie du sie beschrieben hast. Gehen wir mal da hinüber. Ich weiß es gar nicht. Also die Frage ist, glaube ich, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich zu beantworten. Man kann natürlich sicher sagen, dass in allen Gruppen, bei denen es weniger um abstrakte Fragen geht, sondern um die konkrete Organisation des Alltags, also um Streiks, um Genossenschaften, um Versicherungen, um gegenseitige solidarische Unterstützung, um Organisation des Alltagslebens, dass da immer sehr viele Frauen dabei waren und auch wahrscheinlich in führenden Positionen. Es gab dann auch immer eben Frauengruppen, die sich abgetrennt haben von der männlichen Bewegung, die dann haben wir eben schon drüber gesprochen. Und es gab immer auch einzelne Frauen, die in gemischten Organisationen aktiv waren. Ich meine, die Frauen sind ja auch nicht einheitlich und sie waren damals, so wie wir heute auch, unterschiedlich interessiert und auch unterschiedlich begabt. Ich würde das gar nicht so systematisieren. Die Frage ist halt doch nur, wenn wir eine Organisation untersuchen oder sich dafür interessieren, entweder mitmachen wollen oder sie beforschen oder wie auch immer, aus welchem Grund wir uns mit irgendeiner Organisation beschäftigen, dann geht es, finde ich, nicht ohne, dass wir diese Frage stellen und ohne, dass wir die Frage nach den Geschlechterbeziehungen, dass wir uns das anschauen. Das ist eigentlich schon alles und man kann das nicht über einen Kamm scheren. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen, die syndicalistische Frauenbewegung in Deutschland, wenn man sich da die Publikationen anguckt, dann haben die sich ja sehr, sehr viel mit den klassischen Frauenthemen zu dieser Zeit beschäftigt, was jetzt, wenn man das aus heutiger Sicht jetzt betrachten würde, ja eben klassisch Hausfrau mäßig, eben viel, viel sich um diese Fragen drehen. Kann man das auch in Verbindung setzen mit dieser Rolle der Frauen in den Organisationen, also im Kontext von der damaligen Realität, der sozialen Realität der Frauen? Es sind ja naheliegende Fragen, die muss man ja, ich meine, heute wissen wir das und nennen das Care-Arbeit oder so, ja und damals war es aber schon natürlich ganz genau so, dass ja diese Fragen zentrale Fragen gewesen sind. Aber es stimmt ja auch nicht für alle Frauen, wenn wir uns Emma Goldman angucken oder Louise Michel, dann haben die sich nicht um Care-Arbeit groß gekümmert, ja. Das gab ja auch Frauen, die einfach andere Interessen gehabt haben und die dann keine Kinder gekriegt haben und sich anders engagiert haben. So vielfältig, wie Frauen heute sind, waren sie eben durch die ganze Geschichte hinweg. Natürlich haben sie einfach aufgrund ihrer Lebensverhältnisse in dem Moment, wo sie Kinder hatten, sich um Themen gekümmert, die Männer gerne übersehen haben, weil es nicht ihre unmittelbaren eigenen Probleme waren. Aber das ist ja so mal die falsche Analyse der männlichen Theorie, die diese Care-Arbeit in ihrer Bedeutung nie gesehen hat. Das war ja nicht nur bei den Anarchisten so, das war bei allen so. Und deswegen haben wir ja dieses Schlamassel jetzt heute, ja, wo die Frauen diese Arbeit nicht mehr einfach so stillschweigend machen, haben wir überall Krisen. Ja, aber da, finde ich, sagen wir, der Anarchismus auch nicht schlimmer oder besser als die Welt insgesamt. Vielleicht lass uns dann doch übergehen zu einem Punkt, den du ja auch schon am Anfang intensiver beleuchtet hast und den ich wirklich spannend finde, auch aus der Perspektive mal zu sehen. Du hast das ja auch so ein bisschen mit der Intersektionalität schon angesprochen, eigentlich ein recht modernes Konzept. Ist ja, glaube ich, so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, meine ich, dann aufgekommen, auch aus dem Feminismus. Du hast ja auch gesagt, dass man eigentlich schon sagen könnte, dass diese ganzen unterschiedlichen Herrschaftsformen im Anarchismus dann auch schon fast mit diesem heutigen Verständnis von Intersektionalität dann auch gesehen werden könnten. Wie ist das denn eigentlich, wie dann auch Frauen ihren politischen Kampf in den Organisationen gesehen haben? Also gab es da dann in anarchistischen Organisationen schon immer eine stärkere Hinwendung dazu, dass alles als einen gemeinsamen Kampf von unterschiedlichen, miteinander verwobenen Herrschaftsformen zu sehen? Gab es auch Tendenzen dazu, vielleicht auch in der Konfrontation mit den eigenen Genossen und auch der Abwertung, die ihnen als Frauen entgegengebracht wurde, dass man dann auch den feministischen Kampf und die Frauenfrage als das größte gesehen hatte, wie du es ja auch schon beschrieben hast, wie es dann auch im bürgerlichen feministischen Bewegung stark gemacht wurde. Wie kann man das beschreiben? Wie haben Frauen in anarchistischen Organisationen ihren politischen Kampf gesehen? Was ein Vorteil am Anarchismus war, ist ja, dass durch die Ablehnung der politischen Organisation innerhalb des bürgerlichen Parlamentarismus, sage ich mal, also konkret, keine Anarchistin hat das Wahlrecht gefordert, weil das sozusagen, weil ja die Idee gar nicht war, wir wollen politische Veränderungen über politische Parteien erreichen und gerade diese Wahlrechtsfrage war ansonsten ein großer Konfliktpunkt zwischen, sage ich mal, bürgerlichen, weißen Frauen und Arbeiterinnen und aber auch schwarzen Frauen oder anderen, die eben nicht dieser Herrschaftsform weiß bürgerlich entsprachen. Da kann man ganz viele Beispiele dafür finden, dass Arbeiterinnen zum Beispiel gesagt haben, wir wollen, aber was interessiert uns das Wahlrecht? Das ist nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem sind Arbeitsbedingungen, Einkommen und so weiter. Und diese Fixierung der bürgerlichen Frauenbewegung auf das Wahlrecht, weil die, das war halt, also das Wahlrecht, die bürgerlichen, bürgerlichen Gleichheitsrechte waren ja das Einzige, was weiße, bürgerliche Frauen von den Männern unterschieden hat. Und das war ihre, sozusagen ihre Diskriminierungsform. Deswegen haben die so das Wahl, auf das Wahlrecht abgeschoben und haben deswegen viele andere Sachen nicht gesehen. Und das war ein Fallstrick, in den Anarchistinnen nicht reingelaufen sind, weil die das Wahlrecht nicht für so wichtig gehalten haben. Von daher haben anarchistische Frauen eigentlich immer auch mehr soziale Verhältnisse angeschaut. Sie haben eben immer über materielle Lebensverhältnisse nachgedacht. Das könnte für heute ja eine Ressource sein, wenn man sagt, okay, dieser Gleichstellungsemanzipationsfeminismus, den die weiße bürgerliche Frauenbewegung verfolgt hat, war ein Irrweg, war eine Sackgasse. Weil jetzt, wo wir das alles haben, wir haben ja die Gleichberechtigung, die Emanzipation und so weiter, sehen wir, dass die Welt auch nicht besser geworden ist. Dass das nicht die revolutionäre Lösung war. Und dann könnte man halt sagen, okay, das nehmen wir doch dann zum Anlass, mal zurückzugehen und zu gucken, welche anderen Sachen schon erfunden wurden. Das wird ja gemacht im schwarzen Feminismus, wo jetzt gesagt wird, also schwarze Feministinnen haben damals, der Begriff der Intersektionalität ist übrigens erst 1989 entwickelt worden von der amerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw. Und der beinhaltet ja nicht nur, dass man verschiedene Unterdrückungsverhältnisse sehen muss, sondern dass man auch sehen muss, dass die sich durch ihre Überkreuzung verändern. Also der Ausgangspunkt war ja damals eine Entlassungswelle bei General Motors, wo überwiegend schwarze Frauen entlassen wurden. Die haben dann geklagt wegen Diskriminierung und dann wurde gesagt, sie wurden nicht diskriminiert, weil es sind ja auch weiße Frauen und schwarze Männer entlassen worden. Kimberly Crenshaw als ihre Anwältin hat eben gezeigt, dass die Art und Weise, wie sie als schwarze Frauen diskriminiert wurden, eben nicht nur einfach die Addition dieser anderen beiden Diskriminierungsverhältnisse wären. Und deswegen glaube ich, dass in der anarchistischen Geschichte, die nie diesen Irrweg gegangen ist, also der anarchistische Feminismus ist nie den Irrweg gegangen zu glauben, über Gleichstellung mit den Männern in eine bürgerliche vorgegebene Kultur hinein könnte die Welt verbessert werden, dass man da ganz viel finden kann von Sachen, die da eben schon diskutiert worden sind. In diesem intersektionalen Sinne, dass man andere Sachen wichtig gefunden hat. Aber welche, da gibt es jetzt keine Einheit, da kann ich euch nicht sagen, das ist die anarchistische Lösung, sondern also auch unterschiedliche Anarchisten haben ja nicht dieselbe Meinung. Wir müssen politische Ideengeschichte ja immer als pluralistische Geschichte sehen. Und auch wenn wir anarchistische Frauengeschichten, deswegen finde ich gut, dass das Wort im Plural ist, das sind viele Geschichten. Es gibt nicht die eine anarchistische Frauenposition, sondern das sind viele unterschiedliche Positionen. Nur in dem Fall eben mit einem Irrtum weniger, den die anderen hatten. Ja, weil sie diesen Schlenker schon mal von vornherein ausgelassen haben. Ansonsten sind die auch total unterschiedlich. Puh, im Glück haben wir da eine Sache ausgelassen. Das ist ja auch, denke ich, mit einer der wichtigsten Gründe, warum Anarchistinnen sehr, sehr lange auch abgelehnt haben, den Begriff Feminismus, weil der ja sehr, sehr stark verbunden war mit eben diesem bürgerlichen Feminismus. Wie kam es dann trotzdem dazu, dass es auch innerhalb der anarchistischen Bewegung von dieser Entwicklung her Frauenfragen zu Feminismus auch innerhalb der anarchistischen Bewegung eben gekommen ist? Ich denke, das liegt natürlich viel an der zweiten Frauenbewegung, die ja in den 70er Jahren auch noch mal klar gemacht hat, dass es nicht um Emanzipation und Gleichstellung allein geht, sondern um eine soziale Revolution, um eine Unwälzung von Lebensverhältnissen bis hin in die persönlichen Beziehungen hinein. Ich würde immer sagen, der die feministische Bewegung in den 70er Jahren hat vor allen Dingen sich mit Beziehungen beschäftigt, sich mit dem Auflösen von unguten Beziehungen und der bewussten Installierung von guten neuen Beziehungen, von anderen Beziehungen, von nicht herrschaftsförmigen Beziehungen. Und das ist natürlich eigentlich eine Entwicklung unter diesem Label Feminismus, wo man sich als Anarchistin dann auch gut anschließen kann, weil natürlich ist das genau das, worum es geht. Ja, wie schaffen wir gute Beziehungen? Und diese Frage stellt sich ja in einer anarchistischen sozialistischen Bewegung viel stärker als in einer, die jetzt über Parteiprogramme oder zentrale Organisationen oder so geht. Wenn du Gesellschaft von unten kollektiv aufbauen willst, dann ist das Erste, womit du anfangen musst, dass du über Beziehungen nachdenkst. Und deswegen glaube ich, dass zwischen dem Feminismus, dem revolutionären Feminismus der zweiten Frauenbewegung und dem Anarchismus inhaltlich, dass das nahe lag, dass man sich dann auch wieder ein bisschen zusammenfindet. Beidseitig ist das übrigens so gewesen. Auch die Feministinnen haben dann den Anarchismus ja teilweise wieder entdeckt. Ich bin eh immer wieder noch kein, ich will das auch niemand vereinnahmen oder sowas, aber ich glaube, dass da einfach inhaltlich das nahegelegen hat, sich da anzunähern und auch gegenseitig zu befruchten. Das passt ja wirklich auch ganz gut, weil das ja auch generell so um die Zeit von den großen gegenkulturellen Bewegungen 60er, 70er Jahre, da sagt man ja auch, dass generell mit den ganzen Subkulturen, die entstanden sind, mit den unterschiedlichen Protestkulturen, gerade auch Jugendprotestkultur, dass der Anarchismus da auch genau aus diesen Gründen extrem interessant war. Weil wenn man sagt, was ist eine Art und Weise gegen eine totalitär und sehr konform wahrgenommene Gesellschaft zu rebellieren, dann ist es ja auch das, was direkt gemacht werden kann, eben die Veränderung in den Beziehungsformen. Und da kann man ja wirklich dann diese Verknüpfung, wie du es jetzt gesagt hast, zwischen eben feministischer Bewegung und Anarchismus sehr deutlich sehen. Dann lass uns doch nochmal auf den Punkt von Isolation oder Integration eingehen, weil wir hatten das ja gerade schon angeschnitten. Es gab halt eben diese historischen Organisationen mit den zum Beispiel Mujeres Libres, die man ja gut kennt. Oder wenn man sich so ein bisschen mit anarchistischer Geschichte auskennt, eigentlich so die Frauenorganisation aus der Geschichte eben ist. Später ist das ja eine Sache, die dann eher Schule gemacht hat. Also wo man sagen kann, okay, in der späteren feministischen Bewegung, auch nach der feministischen Bewegung eben, gab es diese Tendenzen sehr, sehr viel stärker, dass man sich eben separiert hat von allgemeinen Organisationen, wo man eben zusammen mit Männern gekämpft hat. Was sind da so die Hintergründe? Woran liegt das? Was gibt es da sonst so Spannendes auch zu erzählen zu diesem Punkt? Der Separatismus war ja sozusagen auch eine der großen Erfindungen der zweiten Frauenbewegung, die daher kam, dass halt bis dahin fast alle Frauengruppen eigentlich loyal waren zu irgendeiner übergeordneten Bewegung. Also gerade die bürgerliche Frauenbewegung hatte sich ja so organisiert, dass es eben jüdische, evangelische, katholische, atheistische Gruppierungen gab. Aber auch dann eben hatten die Sozialdemokraten eine Frauengruppe und so weiter das Zentrum. Und gerade mit der Einführung des Frauenwahlrechts hatten dann die ganzen Parteien auch ihre Frauenorganisationen. Und die Frauen waren immer die Untergruppe, eine Untergruppe in der großen gemischten Organisation und haben dann über Frauenfragen, aber aus der Loyalität zu ihrer eigentlichen Heimat, sage ich mal, gesprochen. Und die autonome Frauenbewegung, die dann entstanden ist, hat ja gesagt, nein, wir haben keine Loyalität zu irgendwem anders, sondern wir sind nur Feministinnen. Ja, wir sind nur uns Frauen gegenüber. Wir beschäftigen uns jetzt in erster Linie mit unserer Situation als Frauen und haben keine, ja, sind nicht den anderen irgendwie was schuldig. Und das war ja ein Skandal. Also auch dieser Separatismus als politische Praxis war ja ein großer, ist ja als großer Skandal wahrgenommen worden. Ich denke, durch dieses Tal muss auch der Anarchismus durch, dass auch die anarchistischen Frauen eigentlich, weiß ich gar nicht, ob sie das so gemacht haben, weil sie gesagt haben, so hätten sagen müssen. Also unsere Loyalität liegt jetzt beim Feminismus und wir sind nur noch dann auch Anarchistinnen, wenn das zusammengeht und nicht andersrum, ja. Und ich glaube aber sowieso, dass wir jetzt schon wieder an einem anderen Punkt sind, weil der Separatismus war ja eine politische Praxis, die sehr viel ermöglicht hat, unter anderem auch ermöglicht hat, diese Zentralität der Geschlechterbeziehungen für die Beschreibung der sozialen Realität rauszuarbeiten. Und jetzt ist aber das ja auch schon wieder ein bisschen vorbei. Es ist ja auch kein Dogma gewesen, sondern eine politische Praxis, die so lange fruchtbar war, wie sie als Praxis funktioniert hat, nämlich sich ohne Männer zu treffen, frei sprechen zu können, ohne sich irgendjemandem gegenüber rechtfertigen zu müssen. Und jetzt ist die Frage, wie bringen wir das wieder zusammen? Und da wäre die Frage an eine anarchistische Bewegung aus meiner Sicht auch den eigenen Blick, den eigenen feministischen Blick über diejenigen Gruppen, die sich selbst explizit anarchistisch nennen, hinaus zu richten. Also wo gibt es denn im Feminismus Gruppen, mit denen sich eine Zusammenarbeit anbietet und furchtbar macht? Also wo gibt es denn feministische Gruppen, mit denen wir uns verbünden können, von denen wir uns was lernen können und so weiter, weil sie die anarchistische Theorie oder Praxis befruchten können, auch wenn sie selber vielleicht gar nicht sich anarchistisch nennen. Das würde ich ein interessantes. Also das, glaube ich, ist das eigentliche Projekt. Wir fallen jetzt noch für die italienischen Differenzfeministinnen ein, die ganz viel über politische Repräsentation nachgedacht haben, über das Sprechen in erster Person, über eine symbolische Ordnung, in der Freiheit dadurch entsteht, dass man Beziehungen der Autorität zu anderen Frauen, also dass man sich anderen Frauen anvertraut, dass Frauen sich untereinander bestärken und eben nicht durch ihre Anerkennung seitens des Staates, nicht durch ihre Gleichberechtigung und durch ihre Quoten und sowas. Und da steckt total viel auch für anarchistische Theorie drin. Und dazu muss man nicht diese politische Strömung oder diese feministische Strömung als anarchistisch sozusagen eingemeinten, aber man kann ja sagen, da ist was entstanden, ganz unabhängig von uns, von dem wir aber, mit dem wir total viel anfangen können, wo einfach, ich würde ja sagen, eine Wahrheit, die alle, also ich glaube, es ist einfach eine Erkenntnis von Wahrheit, dass Freiheit nicht auf Rechten beruht, nicht ausschließlich auf Rechten, sondern dass Rechte möglicherweise eine Folge von Freiheit sein können. Da würde ich mir auch wünschen, dass, sag ich mal, die anarchistische Bewegung ein bisschen offener ist, also offener für andere, die auf ähnliche Ergebnisse gekommen sind. Und gerade unter Feministern gibt es da viele, aber ich glaube, wahrscheinlich auch im anderen Spektrum von Politik. Die sozialen Bewegungen haben sich sowieso sehr auseinander entwickelt und wir brauchen ja viel mehr Bündnisse, aber diese Bündnisse können nicht daran bestehen, dass wir Labels sozusagen übertragen, sondern Beziehungen. Also auch politische Bewegungen müssen Beziehungen zu anderen politischen Bewegungen, finde ich, knüpfen. Und die Frage, wie man Freiheit jenseits staatlicher Strukturen organisieren kann, halte ich dabei für zentral. Und das ist natürlich der Punkt, wo der Anarchismus ins Spiel kommt. Ich würde es zumindest aus meiner eigenen Erfahrung so sagen, dass auf dieser Beziehungsebene oder auch dem Bündnisse knüpfen, das von einer anarchistischen Bewegung auf jeden Fall passiert. Einfach auch aufgrund beispielsweise Klimabewegung ist für mich da sehr ausschlaggebend gewesen, dass da einfach sehr viel sowohl über den feministischen als auch über den antirassistischen, antikolonialen Kampf sehr viel dazugekommen ist und auch sehr viele neue Inputs gekommen sind. Ich glaube, jetzt auf so einer anarchistischen, theoretischen Ebene ist einfach die größere Problematik, dass es natürlich unfassbar wenig anarchistische, aktuelle Theorieproduktionen gibt und generell auch abseits von Organisationen sehr wenig geschrieben wird. Und da hoffe ich auch, dass es da vielleicht dann auch gerade im deutschsprachigen Raum eine gewisse Neubefruchtung geben kann, dass dann eben durch auch diese Einflüsse von außen in der Kombination natürlich auch mit einer Rückbesinnung auf eigene Theorieproduktion vielleicht da auch neue spannende Sachen entstehen können. Aber eine Sache, die mir gerade auch noch in den Kopf gekommen ist bei dem, was du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstanden habe, aber es hörte sich so ein bisschen so an, als würdest du sagen, dass diese Idee jetzt von Separatismus oder auch separaten Organisationen eigentlich schon am Ende angelangt ist. Aber ich hatte tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, jetzt aus konkreten anarchistischen Organisationen, dass es auch so einen sehr starken neuen Trend dazu gibt, gerade auch durch Queerfeminismus, aber auch durch jetzt aktuellen Antirassismus, dass man immer häufiger auch sagt, wir brauchen eigentlich für jede Gruppe immer explizite, das ist ja jetzt eigentlich der Begriff der Wahl, Flinterräume, Flinterpläners, Räume für BIPOCs etc. Und das ist wieder, eigentlich habe ich es so wahrgenommen, einen neuen starken Trend auch in der anarchistischen Bewegung zu wieder mehr separaten Organisationen und zu mehr Separatismus gibt. Ich meine, wir haben ja auch mit der Migrantifahne recht erfolgreiche bundesweite Struktur, die genau das sich auch so auf die Fahne geschrieben hat. Ja, aber das sind ja schon Anzeichen dafür, dass man wieder zusammenkommen will, weil diese Räume sind ja innerhalb der gemischten Sachen. Also diese temporären Safe Spaces zu haben, ist ja schon eine Praxis, die dazu entwickelt wurde, damit man wieder zusammenkommen kann. Also weil das Zusammenkommen kann ja nicht so aussehen, dass man sich jetzt mit dieser Erfahrung der Separation einfach wieder eingliedert individuell. Sondern man hat ja jetzt gelernt, was ist notwendig dafür, damit man über diese Differenzen hinweg zusammenarbeiten kann. Und das Separatismus habe ich jetzt verstanden, dass man wirklich getrennte Wege geht und nichts miteinander zu tun hat. Wenn man wieder zusammenkommt, dann nimmt man eben Teile dieser Praxis. Also man hat die Erfahrung, wir müssen sozusagen, um in einem Raum mit ganz vielen Cis-Männern nicht unterzugehen, müssen wir immer mal wieder unter uns uns verständigen, damit wir wieder sozusagen nüchtern werden, bevor wir da wieder reingehen. Ja, also das ist ja schon der Versuch, das wieder zusammenzubringen. Natürlich kann es sein, dass manche gar nicht raus waren und jetzt sozusagen nur diese Praxis übernehmen, weil sie ihr drinnen geblieben seien, jetzt neu gestalten wollen. Und das kann dann vielleicht wahrgenommen werden, als dass jetzt der Separatismus dazukommt oder neu kommt. Der Separatismus ist ja aus verschiedenen Gründen nicht mehr zufriedenstellend. Ein Grund ist natürlich, dass die klare Bilarität von Frau sein und Mann sein nicht mehr so vorhanden ist. Das heißt, wir haben einfach diese Vervielfältigung von Geschlechterkonzepten. Wir können nicht mehr einfach sagen, da die Frauen, da die Männer, weil dann müsste man ja auch noch die nicht-binären und es ist einfach unbefriedigend, weil die Geschlechterdifferenz nicht mehr so verstanden wird. Von daher muss man eh es ausdifferenzieren. Flinta ist ja schon eine größere Gruppe als nur die Frauen, ja. Es sind ja dann noch Transmänner und Intersexuelle und so weiter. Das sind ja alle außer Cis-Männer letzten Endes. Wir vergessen ja jetzt nicht den Separatismus, sondern wir haben daraus gelernt, auch bestimmte Ansprüche zu stellen an Diskussionen. Also mir ist das immer so gegangen, wenn ich in einer Gruppe unter Frauen war, ein Wochenende zum Beispiel und komme zurück, dann kann ich diese anderen Settings gar nicht mehr ertragen, weil ich einen anderen Maßstab habe, ja. Ich habe gelernt, man kann, Diskussionen können auch anders ablaufen und mit diesem Maßstab komme ich jetzt zurück in das Gemeinsame und stelle natürlich die Ansprüche. Ich will ja, dass das Ganze sich jetzt verändert durch das, was wir neu erarbeitet haben und ich glaube, das ist jetzt die Zeit. Und auch deshalb, weil wir natürlich gemerkt haben, aus dem für den Feminismus kann ich das sagen, wir haben gemerkt, dass es auch schön ist, unter sich zu sein und dass manche einfach sich da eskapistisch rausziehen, auch aus der Welt. Aber wenn wir die Welt wirklich verändern wollen, dann genügt es nicht, dass wir ein schönes Frauenzentrum haben, wo wir uns wohlfühlen. Ja, das strahlt ja nicht aus. Wir müssen leider auch mit diesen schäppeligen anderen weiter zusammenarbeiten, weil nur dann können wir auch einen größeren Impact haben auf die Welt. Und deswegen geht von denjenigen Feministinnen, die es nicht nur für sich schön haben wollen, sondern die die Welt verändern haben, diesen politischen Anspruch haben, ist schon seit 20 Jahren oder so würde ich sagen, der Wunsch sehr stark ausgegangen, wieder zurückzugehen und wieder gemeinsame Sachen zu machen und Allianzen zu finden und auch zusammen mit Männern und mit allen möglichen anderen anderen. Und eben auch, weil du Migrant-Defahr oder so angesprochen hast, tatsächlich eben jetzt auch klar geworden ist, dass hier auch die Frauen auch eine merkwürdige Gruppe sind, weil da die Differenzen ja auch stärker bewusst werden. Wir sind einfach auch über diese Zeit hinaus, wo wir gesagt haben, die Geschlechterdifferenz ist die große Differenz. Das stimmt ja nicht. Wir haben andere, wir haben Rassismus, wir haben alle möglichen anderen Herrschaftsverhältnisse, die ebenso wichtig sind. Und deswegen ist es eben auch unbefriedigend, das alles immer nur unter der Geschlechterperspektive zu haben, sondern auch die Frauen differenzieren sich dann. Und es gibt Konflikte zwischen weißen und schwarzen und migrantischen Feministmen und so weiter. Und die müssen ja auch irgendwo ausgetragen werden. Und da gibt es dann auch wieder andere Allianzen. Also diese Zeit mit diesem klaren Separatismus ist meiner Meinung nach vorbei. Aber das heißt ja nicht, dass wir das, was wir da gelernt haben oder die Qualitäten, die wir da erlebt haben, nicht mit zurücknehmen und sagen, das wollen wir jetzt. Also gemischtgeschlechtliche Diskussionen sollen jetzt auch so schön ablaufen, wie wir das da gewöhnt sind. Und dann muss man halt überlegen, wie man das machen kann. Was mich in dem Kontext nochmal interessieren würde, wie haben die Männer auf diese Frage geblickt? Klar, wir wissen aus dem historischen Anarchismus, dort gab es oft sehr, sehr starken Widerspruch gegen separatistische Tendenzen oder allein nur überhaupt autonome Frauenorganisierungen, wo eben entsprechend da wirklich massiv vorgegangen wurde, wo, klar, punktuell auch mal Unterstützung oder auch mal eine, was weiß ich, eine Beilage im Syndikalist auch mal war. Aber im Prinzip war es ja so, dass es eher eine Form von Ausschluss von solchen Bemühungen gab. Und wie ist das dann im Späteren? Hat sich das dann auch dann im Späteren entwickelt? Weil es gab dann ja sogar, auch wenn man das vielleicht nicht vergleichen kann, aber sogar so separatistische Männerbefähigungen, also profeministische Männeransätze, die auch eigene Zeitschriften herausgebracht haben, wo es in quasi so eine sogenannte bundesweite Organisierung von profeministischen Männergruppen gab, die sich eben über ihre Geschlechte, über ihre Realitäten, über ihr Verhältnis zum Patriarchat Gedanken gemacht haben, was übrigens sehr, sehr spannend ist. Ich habe jetzt leider gerade den Zeitungsnamen vergessen, den hast du bestimmt auf dem Schirm. Aber von diesem profeministischen Männerblatt von der Zunge, was es ja sehr lange in Deutschland in den 80er, 90ern so gab. Das ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Frage. Wie haben die Männer auf all diese separatistischen Sachen reagiert? Ja, das weiß ich nämlich überhaupt nicht, weil ich tatsächlich ja auch in diesem separatistischen Feminismus war. Und erst seitdem ich im Internet bin, eigentlich so seit 2010er Jahren, wieder mit Männern zu tun habe, politisch. Ich war ja nicht in gemischten anarchistischen Gruppen. Ich war in feministischen Gruppen, rein Frauengruppen und kehre jetzt wieder zurück. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was die Männer in der Zwischenzeit gemacht haben. Und das interessiert mich auch nicht so furchtbar sehr. Aber ich habe mich immer gewundert. Von daher müsst ihr da vielleicht einfach mal einen Mann einladen, der euch das erzählen kann. Aber was mich immer gewundert hat im Kontakt mit Männern, auch mit anarchistischen Männern, aber auch mit anderen, ist, dass ich nie verstanden habe, woher das große Desinteresse an weiblichem Denken kommt. Also ich habe fast nie einen Mann getroffen, der die Bücher von Frauen tatsächlich gelesen hatte. Da kommen wir wieder auf diese Pin-Up-Namen. Es gibt so viele bahnbrechende, wegweisende Literaturpolitische Ideen von Frauen und die Männer lesen das nicht. Das ist eines der großen Rätsel des Universums, warum Männer so selten Bücher von Frauen lesen. Und vielleicht kann mir da irgendjemand von euch weiterhelfen. Ich weiß es nicht. Aber das ist erstaunlich. Und weil da steht viel drin, wo auch die Männer was von haben können. Aber gut, vielleicht muss man es einfach auch vermitteln. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Männer sich nicht vorstellen können, dass es Erkenntnisse gibt, die sie selber nicht haben können aufgrund ihrer partikularen Situation. Männer haben von sich vor allen Dingen weiße Männer, muss ich sagen. Die anderen, schwarze Männer, haben natürlich diese Erfahrung, weil sie selber die die Erfahrung der Marginalisierung gemacht haben. Aber weiße Männer, die nicht jetzt total arm sind und in Europa leben, da habe ich manchmal große Schwierigkeiten, ihnen zu erklären, dass sie eine, dass sie nicht den universellen Menschen darstellen, sondern dass sie eine bestimmte Erfahrung haben, die mit ihrer Position zusammenhängt und dass sie aus dieser Position sprechen können. Aber dass sie, wenn sie die Welt verstehen wollen, anderen zuhören müssen, die andere Erfahrungen haben. Und dass sie selber die Welt nicht erklären können alleine, weil sie nur eine bestimmte Version von Mensch sind. Und ich glaube, dieses Verständnis, das geht nicht rein. Das bleibt manchmal so ein abstraktes, ja, das ergibt man zu, dass es ist. Aber ich habe manchmal viele Weiße, ich weiß nicht, wie es für euch ist, die fühlen das nicht. Und aus diesem, dass man es nicht fühlt, kommt dann die Idee, ja, ich muss diese Bücher gar nicht lesen, weil mir fehlt doch gar nichts. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Frauen, die immer auch gerne Bücher von Männern lesen, weil sie wissen, das ist eine Perspektive, die sie selber nicht haben. Es gibt keine Frau, die keine Bücher von Männern liest, weil da ist was Interessantes auch für uns drin. Und so ein bisschen ist es so, dass man auch weiße Menschen dazu bringen muss, auch mal Bücher von Schwarzen oder von POCs zu lesen, weil sie das selber nicht wissen können, was da drin steht. Und da sind auch manchmal Feministinnen, die rein nur auf die Geschlechterdifferenz achten, auch ein bisschen schwerfällig. Aber ich glaube, prinzipiell haben Frauen immer diese Erfahrung gemacht. Sie sind nicht, die einzige Art, wie man Mensch sein kann. Und deswegen, so würde ich sagen, fragt Männer und macht mal eine Umfrage unter euren Freunden, wie viele Bücher von Frauen habt ihr gelesen? Und zwar ganz gelesen und zwar auch kritisch gelesen. Es gibt so ein Phänomen, dass man manchmal mit Männern, man kann mit Männern schwer kontrovers über Thesen von Frauen diskutieren, weil manche lesen sie dann und nehmen sie zwar positiv auf, aber kritisieren sie nicht. Nur eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Denken der anderen Person setzt voraus, dass ich mich auch kritisch damit auseinandersetze, dass ich mich auch widerspreche, dass ich mich daran abarbeite. Und das, ja, das fehlt mir manchmal so. Also versteht ihr, wo ich drauf raus will? Ja, absolut. Weil neben jetzt dem, was du natürlich angesprochen hast, dass das eine historisch gewachsene Sache ist, dass einfach sobald ein weiblicher oder ein weiblich gelesener Name dann auf so ein Buch draufsteht, dass bei ganz vielen Leuten unterbewusst erst mal ankommt und man sich denkt, ja, da wird jetzt gar nicht was so Wichtiges drin schreiben wie bei einem männlichen Namen oder dass auch die ganze Zeit natürlich vermittelt wird. Wie du gesagt hast, ein weißer europäischer Mann ist überhaupt einfach mit den ganzen Denkern, die da stehen. Ja, eigentlich, da muss ja irgendwas sein, wenn das die Person ist, die das sagt, da steckt viel mehr dahinter. Finde ich super spannend, was du da eben angesprochen hast, weil ich habe auch das Gefühl bekommen, auch in linken Gruppen oder auch in anarchistischen Gruppen, dass wenn dann diese Bücher gelesen werden, dann werden sie nicht aus einem Interesse an dem Thema gelesen, weil man sich sagt, ach, ich finde das jetzt mal einfach eine wichtige Thematik, die da besprochen ist. Oder finde ich spannend, da jetzt irgendwie neuen Input zu bekommen oder die Perspektive mal zu sehen, sondern man liest es, weil man ja mal gehört hat, dass es auch eine gute Sache ist, als guter Anarchist, als guter Feminist auch mal ein Buch von einer Frau gelesen zu haben. Und ich glaube auch, teilweise ist das dann sogar eine Sache, warum die Leute dann auch danach kein großes Interesse haben, das mehr weiter zu machen. Weil sie machen das wirklich nur aus dieser Motivation heraus. Und dann kann natürlich auch keine kritische Auseinandersetzung damit kommen, weil, wie du gesagt hast, dann möchte man sich ja auch nicht dahin stellen und jetzt irgendwie großartig kritisch darum gehen, weil dann möchte man in seinem Portfolio von den Büchern, die man gelesen hat, dann auch sagen können, ah, das habe ich auch gelesen und fand ich ja auch wirklich total super, was die da geschrieben hat. Und es war eine Frau, am besten noch irgendwie eine schwarze Frau. Was sagst du überhaupt jetzt zu mir? Warum kritisierst du mich? Und so kann das natürlich nichts werden. Man muss im Endeffekt in der Betrachtung von diesen Büchern genauso reingehen, wie wenn man jetzt das gleiche Buch von männlicher Person gelesen hätte. Aber das ist ganz witzig, weil das tatsächlich die ur-anarchistische Kritik an der Repräsentation wieder eine Rolle spielt, wo sich dann einfach nur repräsentiert wird darüber, dass man halt ja dann auch mal von einer Frau ein Buch gelesen hat und überhaupt nicht verinnerlicht hat, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Ob jetzt halt ein Mann oder eine Frau ein Buch geschrieben hat. Naja, ich will nochmal kurz einhaken, mit dem es keine Rolle spielt. Natürlich ist sozusagen, es gibt auch diese Art von Männern, die dir dann erklären, warum das alles falsch ist, was da drin steht. Das ist auch keine Auseinandersetzung, weil es muss ja schon das Bewusstsein dafür da sein, dass die Perspektive, aus der gesprochen wird, eine andere ist. So wie man jetzt auch nicht als Weise hingehen kann und mit den eigenen Vorurteilen Philosophie von schwarzen Philosophen lesen kann und sagen kann, das ist aber, ich finde das alles nicht richtig. Also so, ich finde das richtig, ist ja nicht das richtige Argument, wenn es darum geht, sich mit dem anderen zu beschäftigen. Die Kunst besteht darin, sozusagen sich selbst als partikular zu verstehen und offen zu sein für Input von anderen, der mir fehlt, weil ich das nicht sein kann. Also ich kann nicht repräsentieren, was ein Mann sagt, was eine schwarze Person sagt, was eine Person mit anderen Erfahrungen sagt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde das interessant, Perspektiven von anderen zu hören. Und die Kritik kommt sozusagen dann vielleicht in der Auseinandersetzung, wo wir, und dann muss man immer auseinandersetzen, was von unseren unterschiedlichen Positionen liegt vielleicht daran, dass wir unterschiedliche Standpunkte haben, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, dass du nicht ich bist. Und was an dem Unterschied ist das, wo wir wirklich als Person sagen, ich bin da anderer Ansicht als du. Und diese beiden, es gibt ja diese beiden Arten von Unterschieden, wo man sagt, ich bin der Meinung oder meine, mein Urteil ist so, ich beurteile das so, das ist meine Ansicht, meine, Antjes. Und was an dem, was ich sage oder finde, kommt daher, dass ich eine weiße, akademisch gebildete deutsche Frau bin mit einem bestimmten Hintergrund. Und dass diese beiden Arten der Differenz präsent zu haben und im Austausch mit anderen durchzudiskutieren, das finde ich total geil. Das macht mir total Spaß. Ich beobachte halt bei Männern, dass sie manchmal so von dem einen in das andere fallen. Also entweder sie interessieren sich gar nicht, weil sie gar nicht vermuten, dass andere was anderes und mehr wissen könnten als sie. Oder sie ziehen das alles auf so eine universelle Ebene und sagen, also wenn sie es nicht verstehen, dann kann es auch nicht interessant sein. Ja, so das ist irgendwie strange. Also das, ich habe es aber auch noch nicht so richtig raus. Also es ist, man muss natürlich offen sein für das andere. Eigentlich ist es Interesse. Eigentlich ist es wirklich, interessiert es mich wirklich. Und das Interesse ist natürlich nicht dasselbe, wie ich brauche es in meinem Portfolio. Bin ich als Person wirklich interessiert daran, was zu verstehen? Und mich mit etwas auseinanderzusetzen. Das ist die Frage. Kann man wahrscheinlich nur im konkreten Fall entscheiden, ob das so ist. Wenn dieser Punkt des Interesses im Vordergrund steht, dann finde ich das auch eine total richtige und wichtige Sache, wo wir halt häufig darüber reden, ist, dass es halt dann auch manchmal ein Problem gibt, dass es dann so eine Tendenz dazu gibt, dass man über bestimmte Sachen gar nicht mehr reden soll, die nicht der eigenen Identität, der eigenen Erfahrung oder so entsprechen. Und das finde ich dann wiederum auch falsch. Speziell, wenn wir darüber reden, dass wir eigentlich dahin wollen, dass wir uns als Klasse zusammen identifizieren, was ja die Gemeinsamkeit zwischen uns allen ist. Also wir haben viele Unterschiede in unserer Realität von Geschlecht, von Hautfarbe etc. Aber unsere Klassenzugehörigkeit, Teil der ArbeiterInnenklasse, der lohnabhängigen Klasse, wie auch immer, welche Begrifflichkeit man jetzt hier verwenden möchte, die ist die Gemeinsamkeit. Und das ist für uns halt immer wichtig, dass wir das halt in den Vordergrund stellen, ohne die Differenzen, die zwischen uns existieren, zu vergessen. Und deswegen finde ich, da ist es gar nicht so einfach, so ein Sweetpoint zu finden. Und deswegen finde ich den Punkt Interesse und Auseinandersetzungen mit der anderen Perspektive, ohne jetzt gleichzeitig zu sagen, ja, wir dürfen jetzt gar nicht mehr über Rassismus sprechen, wir dürfen jetzt gar nicht mehr über das und das sprechen. Das finde ich eigentlich so, wenn man das schafft, ist es nicht einfach, aber das wäre der Sweetpoint. Ja, wobei ich glaube, dass da auch die Beziehung wieder das Entscheidende ist. Man kann auch nicht mit allen Leuten auf die gleiche Weise reden. Also um bestimmte Differenzen austauschen zu können, also um diese heiklen Punkte auch zu besprechen, braucht man Vertrauen, braucht man eine prinzipielle Bereitschaft, auch miteinander zu reden. Und das geht vielleicht nicht unter allen. Das geht vielleicht auch nicht immer in der öffentlichen Situation, sondern wir müssen uns, glaube ich, für politische Debatten auch mehr Gedanken über das Setting machen, über welche Räume, welche Rollen haben wir. Und deswegen auch diese Flinter, Safe Spaces und so weiter. Wie schaffen wir den Rahmen, in dem wir uns dann kontrovers auch austauschen? Das finde ich einen wichtigen Aspekt auch von politischer Praxis. Gerade in diesen Zeiten, wo ja ganz viele Leute genau das Problem haben, über das du sprichst, dass man immer so zwischen einem falschen Universalismus und einem falschen Relativismus so hin und her torkelt. Und beides ist ja nicht gut, sondern Orte, Settings sind meiner Erfahrung nach dafür sehr wichtig, damit das gelingen kann. Abgesehen auch vom Interesse natürlich. Aber ich bin ein großer Fan auch von, dafür, dass ich dauernd im Internet rumschreibe, finden das manche vielleicht lustig. Aber ich bin ein großer Fan von nicht öffentlichen politischen Veranstaltungen. Die interessantesten politischen Veranstaltungen sind nicht öffentlich, weil sie insofern dann Safe Spaces sind, dass man es nicht für das Publikum macht, sondern wirklich für das Gespräch. Also wir haben ja diese Unsitte, dass wir politische Auseinandersetzungen immer eigentlich für ein Publikum machen. Und Talkshows sind so ein ganz negatives Beispiel dafür. Aber auch manche größeren Veranstaltungen, da fragt man sich, reden die zwei Leute jetzt miteinander oder reden die für das Publikum, um besonders gut dazustehen oder so? Und wir brauchen mehr Diskussionen, wo alle Leute, die anwesend sind, auch an der Diskussion beteiligt sind und nicht Publikum. Ja, und da kann man ja auch dann eigentlich noch mal auf den Widerspruch vom Anfang zurückkommen mit diesem Lest mehr Bücher, die auch von Frauen geschrieben wurden, nicht von Männern. Dass das ja auch häufig so eine Widersprüchlichkeit in sich erzeugt. Man möchte dazu ermuntern, Lest mehr Sachen, die nicht von Männern, nicht von europäischen Männern geschrieben wurden. Gleichzeitig aber führt das dann natürlich auch bei vielen Leuten genau zu dieser Problematik. Ja gut, dann liest man eben ein Buch, um einfach das dann von so und so gelesen zu haben. Und ganz häufig führt das dann ja auch dazu, und das führt uns ja auch zu unserem letzten Punkt, dass wenn man dann irgendwann irgendwas liest, dann sucht man sich natürlich auch die renommiertesten Namen da aus, um dann sagen zu können, dass der Klassiker von am besten dann natürlich auch einer Betrachtung von einem feministischen Thema, weil das sind natürlich auch die Themen, mit denen Frauen sich auseinandersetzen. Das lese ich dann. Und das ist dann ja auch das Problem der weiblichen Ikonen. Wenn wir eben über Frauengeschichte im Anarchismus sprechen, dann sprechen wir, ähnlich wie es auch bei sonstiger Geschichte ist, ganz besonders von eben der Geschichte von den paar großen Frauen der Bewegung. Ja, genau. Das ist natürlich so, weil es ist natürlich auch eine Frage der Editierung. Ich meine, von vielen interessanten Leuten kann man ja gar nichts lesen, weil das nicht übersetzt ist oder überhaupt gar nicht verlegt wurde oder so. Das ist sowieso leider so ein Dilemma, dass im Lauf der Geschichte jede soziale Bewegung immer mehr schrumpft, der Kanon schrumpft immer mehr zusammen. Und diese große Vielfalt, die zum Beispiel die ArbeiterInnenbewegung im 19. Jahrhundert ausgemacht hat, die ist ja auch auf Seiten der Männer auf wenige Namen zusammengeschrumpft. Da sind es halt nicht nur fünf, sondern vielleicht 50, aber im Grundsatz ist es auch nicht besser. Ja, also wir haben diese Tendenz der Kanonbildung leider, vielleicht kann man es auch gar nicht anders machen. Ist ja halt die Frage, was findet man interessant? Ja, will man was lesen, nur um mitreden zu können oder will man wirklich was rausfinden oder sich inspirieren lassen? Aber vielleicht kann man nochmal einen Aufruf machen an anarchistische Verlage. Warum gibt es die Bücher von André Leon nicht auf Deutsch? Und auch natürlich, es gibt ja sogar Anarchisten, die immer noch Karl Marx Lesegruppen machen. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Also Karl Marx, finde ich, ist ausgelesen in gewisser Weise. Lese doch mal was anderes. Ich selbst Bakunin wird ja nicht so richtig gelesen, oder? Also wir haben einfach so eine Verengung. Vielleicht kommt es auch, also die italienischen Feministinnen, von denen ich vorhin erzählt habe und zu denen ich mich so als politische Heimat zugehörig fühle, die hatten mal gemerkt, dass sie auch immer diese Talking Points hatten. Und wenn sie eine politische Diskussion geführt haben, haben sie dann immer Namedropping gemacht, um zu zeigen, wen sie gelesen hatten und so weiter. Und die haben sich selber darüber geärgert und hatten dann miteinander verabredet, die politische Praxis, dass sie keine Zitate mehr bringen, dass sie nicht mehr zitieren, sondern dass sie alles nur in erster Person sagen. Also alles, was sie sagen wollen, sagen sie so, als würden sie selber das sagen und nicht sagen, aber Marx hat gesagt und die hat gesagt. Und vielleicht, ich finde das eine total gute politische Praxis, weil es einfach dazu zwingt, sich von diesem Wiederkäuen der Geschichte zu lösen und zu überlegen, was will ich denn sagen? Was ist denn das, was mich interessiert? Das geht natürlich auch wieder nicht öffentlich, weil ich kann nicht öffentlich Emma Goldman zitieren, ohne zu sagen, dass ich sie jetzt zitiere. Aber im Privaten geht das. Es ist ja ganz egal, ob ich diesen Gedanken von Emma Goldman habe oder von wem auch immer, wenn ich diesen Gedanken jetzt in dieser Diskussion äußern möchte. Und das war eine sehr fruchtbare politische Praxis. Die haben sie dann nach ein paar Jahren auch wieder aufgegeben, weil sie dann geübt hatten, wie das ist, selbst zu sprechen. Und dann konnten sie auch wieder zitieren. Aber ich würde das mal vorschlagen als Versuch, wenn wir politische Diskussionen führen, nicht mit ihnen angeben, mit denen wir zitieren können, sondern selber sprechen. Was auch gut ist, nicht so theoretisch bleiben, von den eigenen Erfahrungen ausgehen, transparent machen, warum man irgendein Urteil hat, also die Geschichte zu erzählen, die dazu geführt hat. Was ich von den Italienern gelernt habe an, wie man im politischen Denken weiterkommt, ist ja immer, dass man versucht, weg von den Klischees zu kommen. Und weg von den Klischees kann man kommen, wenn man im eigenen Leben anfängt, wenn man also mit der Realität anfängt, die man beobachtet hat. Also wenn man nicht irgendwie sich fantasiert, was ist, sondern erzählt, was man erlebt hat, aber dann eben nicht bei der Erzählung bleibt, sondern das dann anbietet den anderen als Beispiel, um dann darüber zu reden und sich über die Realität klarer zu werden. Und dabei dann politische Theorie nur als Inspiration einzubeziehen und nicht, um gelehrt daherzureden und anzugeben, das ist was, was mir an politischen Diskussionen am meisten bringt und mich am meisten, also wo dann auch mal neue Ideen kommen und man nicht immer sich in derselben Schleife so dreht. Und ja, das ist ja das, was manchmal so, und dann könnte vielleicht auch wieder neue Theorie dabei rauskommen. Ja, also das hat mich gerade, das stimmt, was du sagst, dass es so lange keine neue anarchistische Theorie gegeben hat. Ich glaube, das linkt daran, dass wir immer diese historische Schleife ziehen müssen und gar nicht mal einfach anfangen, von uns selber zu reden. Was finde ich denn, was Anarchismus ist? Was war mein heutiges anarchistisches Erlebnis? Wo war eine Frage, die aufgekommen ist und was hilft mir dabei, die zu beantworten? Das macht dann eben eine politische Debatte auch fruchtbar. Und deswegen aber auch muss man sie unöffentlich führen, weil man auch ein bisschen ins Unreine spricht. Da kann man dann nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Da braucht man eben dieses Vertrauen oder so. Man kann nicht alles gleich live streamen. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo unsere politische Kultur so ein bisschen drunter leidet, dass man alles immer gleich, also dass man nicht mal ins Unreine reden kann und nicht mal frei daherreden kann, sondern immer gleich öffentlich dafür einstehen muss. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr fruchtbarer Gedanke, um mehr zu sich selbst zu finden, mehr für sich selber einzustehen und seine eigenen Gedanken selber zu finden. Ich finde trotzdem, dass man auch sagen muss, dass die Beschäftigung und die Grundlage, die unsere Vorkämpfenden gelegt haben, die ist wichtig. Und nicht immer wieder von Neuem anzufangen, halte ich für absolut zentral, um auch dann Neues entwickeln zu können. Und ich finde, das gilt auch schon für dann auch herausragende Genossinnen, die jetzt hervorgehoben werden, auch immer in der Geschichtsschreibung. Die werden ja auch nicht komplett ohne Grund hervorgehoben. Also natürlich gibt es auch, ist das eine absolute Realität, dass es diese männliche Geschichtsschreibung gibt von den großen weißen Männern, die die Geschichte lenken und walten und die ganzen anderen werden überhaupt nicht mehr gesehen. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass diese Auseinandersetzung Bakunin-Marx als Beispiel, die ist ja eine Realität, die sehr weitreichende Folgen auch für die Entwicklung des Sozialismus hatte. Und auch die haben ja sehr weitreichende Theorien geschrieben, die sehr einflussreich waren und deswegen sollte man das jetzt auch nicht komplett über Bord werfen. Auch hier finde ich wieder ein Sweetpoint, eine gute Sache, da eine gute Mischung zu finden. Oder mit anderen Worten, nicht jede, nicht jeder kann das Kapital oder Gott und der Staat oder Eroberungsbrote schreiben aus unterschiedlichen Gründen. Ja, na klar. Also natürlich stimmt das, dass das alles auch wertvolle Quellen sind, aber sie befruchten uns, aber sie fesseln uns auch in einer gewissen Weise. Das ist halt immer beides präsent und ich habe schon den Eindruck, dass gerade im Anarchismus die Beschäftigung mit der Geschichte zu stark ist und zu wenig einbezogen wird auf das eigene Leben. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, kenne ich mich im Anarchismus auch nicht gut genug aus. Aber wir haben so ein bisschen einen Fetisch ja auch für die Schrift in unserer Kultur. Es ist ja auch, ich meine, da sind wir auch einfach eurozentrisch. Dieses Geschichtsverständnis, dass wir sozusagen, vielleicht liegt es doch dran, ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen über die Entstehung der Schrift, Papyrus von der spanischen Historikerin Irene Vallejo heißt sie, glaube ich. Die Einführung der Schrift war schon immer umstritten, weil die Schrift tatsächlich lebendige Situationen und Diskussionen festhält und damit auch sozusagen erstarrt, erstarren lässt bestimmte Gedanken. Und das ist, glaube ich, bei uns in unserer Kultur ein bisschen überbewertet. Und das Selbersprechen ist unterbewertet, weil man ja auch für das Zitieren und so weiter immer gelobt wird und gute Noten bekommt und so weiter. Und manchmal, mir macht es halt auch nicht so viel Spaß. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Vorliebe. Ich mag lieber, wenn Leute selber sprechen, als wenn sie andere zitieren. Ich glaube, das ist auch eine große Frage, wenn wir dann jetzt noch auf Geschichtsschreibung eingehen würden. Und ich finde auch diese ganzen Sachen, die darum jetzt entstanden sind, ich hatte auch ein bisschen mal was zu Oral History gelesen und eben andere Formen von Erinnerungskultur. Aber ich persönlich finde jetzt auch die Schrift eigentlich eine recht effektive Sache und bin ganz zufrieden. Ich wollte es jetzt auch nicht gleich ganz abschauen, aber es ist natürlich auch aus der Position tatsächlich, also ich kann euch das ja mal beschreiben, wenn ich in so einem, zum Beispiel auch so was wie da in Chemnitz diese Veranstaltung, wenn ich in so einem Setting sitze, Seminar oder Uni oder was Vortrag und dann kommt ein Text und dann werden Namen zitiert und so weiter. Ich drifte ab, ich kann da nicht bleiben, sozusagen. Meine Gedanken verselbstständigen sich und ich frage mich irgendwann was. Ich habe damit nichts zu tun und vielleicht nehme ich da sozusagen mein Frausein auch als Ausrede zu sagen, ich darf da abdriften, weil es ist eh nicht meine Geschichte, ja. Es waren jetzt schon zehn Namen und keiner von der Frau dabei interessiert. Das ist euer Privatvergnügen, aber geht mich eh nichts an. Aber tatsächlich reagiere ich so mit Wegdriften, wo ich denke, vielleicht müsste ich mich dann genauso dazu zwingen, da zu bleiben, wie sich manche Männer dazu zwingen müssen, das Buch einer Frau zu lesen, weil sie es gar nicht wollen, ja. Das ist vielleicht eine parallele Sache, weil es ist nicht meine Geschichte, die da erzählt wird, sondern nur so, ich muss mich dann so verbiegen, ja. Und das generische Maskulinum ist ja dann nur so ein Auslöser. Da geht es ja, die Diskussion, ne, über bin ich denn mitgemeint? Und mitgemeint zu sein, langweilt mich, weil das ist nur so, ja, dabei, ja. Und genau, ich schlafe da ein, trifft sie weg. Ja, ich habe auch das Gefühl, für mich selber war es jetzt so, dass es da immer eine große Problematik eben von der Vermischung von politischen Sphären und akademischen Sphären gab. Vielleicht einfach von meiner Erfahrung auch selber, weswegen ich auch diese Idee von diesem, von sich aussprechen, die eigenen Ideen aussprechen sehr spannend fand. Für mich war das beispielsweise damals sehr schwierig, dass ich eben aus einem nicht jetzt akademischen Haushalt ohne jetzt ein geisteswissenschaftliches Studium zuerst in die Bewegung gekommen bin. Weil wenn man dann als Einziger, der sehr wenig gelesen hat, noch recht jung, mit einem Ingenieurstudiengang da sitzt und sehr viele Leute dann schon ein bisschen was auf dem Kasten haben und vor allem Einzelne dann natürlich immer rausstechen, dann versucht man irgendwann auch dadurch zu bestechen, indem man dann hier und da mal sich auf die und die Theorie bezieht. Und das kann natürlich auch dann zu sehr peinlichen Situationen führen, gerade wenn man nicht so eingelesen ist, wie man das dann von sich selber gedacht hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das sehr häufig dann, wenn es sehr stark darum geht, sich auf bestimmte Theorien beziehen, auf bestimmte Denker, dass das natürlich auch einfach eine sehr große Hürde in vielen politischen Organisationen bildet, weil das dann einfach immer im Endeffekt ausschließend anhand von dieser Bildungsfrage und der Klassenfrage sich dann natürlich auch organisiert. Und gleichzeitig, wo ich es dann eigentlich spannend finde, was du auch angesprochen hast mit, da geht es jetzt nicht darum, das irgendwie wegzuwerfen und diesen Sweetpoint zu finden. Was ich ganz schade finde, ist, dass dann gleichzeitig viele anarchistische Gruppen eben gar keinen Wert auf diese Basisbildung überhaupt legen. Es wird einmal erstens von den Leuten selber erwartet, weil man möchte natürlich niemandem, der in eine Organisation kommt, irgendwas hier vorschreiben oder so. Aber es wird auch nichts an die Hand gereicht, dass man mal sagt, das alles, wo wir uns jetzt darauf beziehen, das ist unsere Geschichte, da lesen wir das überhaupt mal zusammen oder da geben wir den Leuten die Möglichkeiten, sondern es wird alles, ja, sollen die Leute sich selber aneignen und wir packen irgendwie die Gesichter hier und da drauf und wir beziehen uns irgendwie auf die Tradition von Bakunin, Kropotkin und irgendwie dann vielleicht auch noch Emma Goldman, um eine Frau mit reinzunehmen. Aber was dann jetzt wirklich dahinter steckt oder was man daraus ziehen kann, das wird dann eben nicht mitgegeben. Und da finde ich es eben spannend in diesen Diskussionen mit dem, wie du es beschrieben hast, dieses Ich-Sprechen. Weil es ist ja so, das, was in uns selber oder ich kenne das von mir, so das, was ich politisch denke, das ist total eklektizistisch im Endeffekt. Da sind so viele unterschiedliche Einflüsse, weil wenn man eben unterschiedliche Sachen liest, dann hat man auch diese unterschiedlichen Einflüsse. Und im besten Fall kann das dann ja auch eben genau zu diesen neuen Ideen finden. Und da finde ich es dann spannend. Aber eben bei diesen Grundsachen fände ich es dann wichtig, dass da dann eher der Wert drauf gelegt wird, dann die Sachen eben dazuzunehmen. Und vor allem diese Diskussion jetzt um die einzelnen Ideen und die Theorien von Leuten, das kann man dann auch sehr gut natürlich in so eine akademische Sphäre wieder verlagern und sagen, da kann man sich dann auch explizit darum streiten. Was ist denn jetzt irgendwie, wenn wir vergleichen, wie die Unterschiede von Bakunins Theorien dann eben von Kropotkin aufgenommen wurden, was ist dieser Wandel von Anarchokollektivismus zu Anarchokommunismus, da kann man das dann explizit so ausdiskutieren. Aber jetzt einfach in einer basispolitischen Organisation, da sollte es ganz stark darum gehen, was denken wir und wie können wir darüber diskutieren. Genau. Und warum machen wir das? Und dann ist es aber auch nicht langweilig. Dann ist es ja eher so, das und das wollen wir. Und übrigens, die Idee haben wir von Kropotkin. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht. So rum ergibt es ja auch einen Sinn. Es ist halt eine Herrschaftspraxis, das Wissen vorauszusetzen. Aber natürlich ist die, wenn die Gegenreaktion ist, wir machen gar keine Theorie mehr, sondern machen nur noch Straßenkampf oder so, das ist ja auch Quatsch. Sondern die Theorie ist ja wichtig. Theorie ist ja wichtig. Aber Theorie heißt ja nicht, ich kenne irgendwie die Texte von irgendwelchen berühmten Leuten, sondern Theorie heißt doch, ich lebe nicht einfach so in den Tag rein, sondern ich denke darüber nach, was mir begegnet. Und ich fälle ein Urteil darüber, was ich gut und richtig finde und was ich ausprobieren will. Das heißt, ich reflektiere mein Leben zusammen mit anderen und eben Teile dieser anderen können auch irgendwelche toten Leute sein, die sich nur noch durch ihre Bücher äußern können. Aber die Idee ist doch, also Theorie und Praxis ist für mich nicht getrennt. Sondern wenn ich wirklich was gedacht habe und verstanden habe, dann ändert sich doch meine Praxis automatisch. Weil wenn ich was verstanden habe, dann muss ich ja auch entsprechend sozusagen mich anders verhalten. Und das Denken kommt aus meinem Erleben. Alles, was sich nicht anknüpfen lässt an die Realität, finde ich schon langweilig. Also ich weiß da gar nicht, warum es mich interessiert. Das erinnert mich dann an die Schule, wo man irgendwas lesen musste, aber keiner hat einem gesagt, warum überhaupt. Nur weil es im Lehrplan steht oder so. Ich glaube, wir kommen auch da wieder auf die Frage nach dem Interesse. Warum interessiert es mich denn, was Bakunin gesagt hat? Und das kann doch nicht sein, das interessiert mich, weil man muss den halt gelesen haben hier in der Gruppe. Nein, es muss doch klar sein, was daran interessant ist. Es ist eine Theorie, die sozusagen staatskritisch ist. Und den Staat finde ich heute auch scheiße. Das könnte ja ein Anfangspunkt sein, ja. Aber es muss irgend so einen Anknüpfungspunkt geben. Und dann muss man eben aber auch offen sein für die anderen, die gelesen haben. Es ist ja auch, also ich habe ganz viele Frauen gelesen und die Männer muss ich außerdem doch lesen, damit ich mitreden kann. Das ist ja unfair, ja. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen ungeduldig. Also gegenüber Männern, die keine Literatur, dann müssen die erst mal meine zehn Bücher auch gelesen haben, bevor sie von mir verlangen können, dass ich ihre zehn Bücher gelesen habe, sozusagen. Ich habe auch nur 24 Stunden am Tag, ja. Zum Beispiel Antonio Negri habe ich nicht gelesen. Habe ich nach drei Seiten wegen Langeweile weggelegt. Stehe ich auch dazu. Also, wir haben also, die Frage ist, wer setzt denn den Kanon fest? Wer setzt dann das fest, was man gelesen haben muss, um mitreden zu können? Und das ist halt, wenn man andere hat, das gilt gerade bei so intersektionalen Sachen. Wer von uns hat denn schwarze Philosophen gelesen? Wer hat schon schwarze Feministinnen gelesen? Das wird ja dann noch absurder. Wer hat muslimische TheoretikerInnen gelesen? Und so weiter und so fort, ja. Der anarchistische Kanon ist doch nicht nur männlich. Der ist doch auch weiß und europäisch und was auch immer, ja. Also, und die Welt ist ja so viel größer. Und auch die Gedanken und die Ideen der Welt ist so viel größer. Und wir müssen heute in dieser pluralen Welt eine Möglichkeit finden, über diese Unterschiede hinweg auch Theoriebildung betreiben zu können. Und das glaube ich, wenn wir da alle das lesen müssen, was alle anderen wichtig finden, dafür haben wir nicht so viel Zeit. Und deswegen die Idee, wir fangen an, erst mal ohne auf die Theorien. Jeder hat seine Theorien oder ihre Theorien zwar im Hinterkopf, aber wir sprechen die selbst und auf Nachfrage oder wenn es ganz wichtig ist, sagen wir, von wem die Theorie ist. Aber wichtig ist, dass wir das jetzt in dieser Begegnung mit den anderen vertreten. Dann bin ich sozusagen Bakunin oder Emma Goldman gegenüber der Person, die die nicht gelesen hat. In dem Sinne finde ich auch, das sind ja gute Schlusswörter. Im Prinzip können wir alle, wenn wir unser volles Potenzial ausnutzen, Bakunin oder Goldman werden. Genau. Und ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst für dieses spannende Gespräch, wo wir jetzt vielleicht am Ende ganz klein bisschen auch abgerückt sind oder so ein bisschen ausgeschweift sind, kann man sagen. Aber ich finde, ich bin mit einem sehr, sehr interessanten Austausch mit dir und in dem Sinne würde ich sagen, hören und sehen wir uns bald wieder. Glück auf. Genau. Dankeschön. Alles Gute für euch. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Nicht so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal. Erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Übertage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Heute sind das zuallererst von unserem Gast Antje Schrupp, Nicht-Marxistin und auch Nicht-Anarchistin, Frauen in der ersten internationalen. Das Ganze ist im Ulrike Helmer Verlag erschienen und gibt euch nochmal einen tieferen Einblick auf die von uns hier in der Folge geführte Auseinandersetzung zur ersten internationalen. Als zweites, ebenfalls zur syndikalistisch-anarchistischen Geschichte, der Syndikalistische Frauenbund, herausgegeben im Unrast Verlag in der Reihe Klassiker der Sozialrevolte. Über den haben wir heute fast gar nicht gesprochen. Aber wenn ihr mehr über die Geschichte der syndikalistisch-anarchistischen Frauenbewegung in Deutschland erfahren wollt, ist das das Buch eurer Wahl. Autorinnen sind hier unter anderem Millie Wittkorb-Rocker, Hertha Bawisch, Aimee Köster und viele weitere. Wenn ihr Einsteigendes zum Anarchistinismus lesen wollt, empfehlen wir euch als drittes die fast schon legendäre Broschüre der libertären Aktion Winterthur. Anarchistinismus, ein Ansatz, der noch ausgearbeitet werden muss. Diese gibt euch einen guten Überblick über die grobe Geschichte des anarchistischen Feminismus und seine Grundwerte. Das Ganze findet ihr auch online zum Lesen. Link wie immer in der Beschreibung. Das nächste Mal bei Übertrage hört ihr uns übernächsten Sonntag. Und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.